Vor mehr als vier Jahren habe ich euch mal einen Nusszopf mit Hefewasser gezeigt. Dieses Rezept habe ich optimiert und verbessert und das ist das Ergebnis. Wir fangen hier mal an und hier einmal herzlichen Dank, denn ich darf gerade eine tolle Küchenmaschine ausprobieren, die perfekt für ein bis zwei Personen ist und die zeige ich euch hier jetzt ganz kurz einmal, zumindestens für die Funktion jetzt für den Nusszopf. Einmal hier kurz das Mittelstück in den Foodprozessor geben und dann den Haken fürs Teig kneten. Wichtig, das Metallmuster rausgucken und schon könnt ihr direkt anfangen, eure Zutaten hineinzugeben. Ich habe jetzt hier einmal Mehl und das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, aber zum Schluss auch nochmal so, dass ihr einen Screenshot euch machen könnt. So, das Mehl ist drin, bis zu 500 Gramm können in der Küchenmaschine verarbeitet werden, perfekt für dieses Rezept. Dann Zucker, eine Prise Salz und ein bisschen Butter. Die Veganer unter euch können dies mit veganer Butter einmal ersetzen. Hier habe ich ein bisschen Milch, auch hier könnt ihr gerne Pflanzenmilch nehmen. Und dann selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser, wie das geht und auch die Alternativen hierzu, findet ihr oben rechts unter dem i. Und das war schon an diesen Zutaten. Es ist eifrei und trotzdem so lecker. Achtet darauf, dass die Pfeile immer zueinander zeigen, oben am Gerät, aber auch nochmal unten. Denn ansonsten ist das Gerät nicht gesichert und funktioniert nicht. Also es schaltet sich einfach nicht ein. Die Stufe 1 bei den Teigen habe ich festgestellt. Ich habe jetzt wirklich viel rum experimentiert mit der Maschine. Funktioniert super. Wenn ihr schwerere Teige habt, dann kann es sein, dass ihr oben einmal an diesem schwarzen Teil kurz ein bisschen festhalten müsst. Einfach zur Nachjustierung. Aber das ist wirklich nur bei schweren Teigen notwendig. So, einmal kurz die Sicherung lösen und schon kann der Teig direkt einmal in eine Extraschüssel gehen. Ihr wisst ja, ich nutze hier gerne Glasschüssel, weil man das einfach besser erkennen kann, wie die Teigkonsistenz ist und vor allem, wie sich der Teig beim Aufgehen macht. Guckt mal, richtig schön. Also er lässt sich schon jetzt viel besser verarbeiten als das Rezept vor über vier Jahren. Da hatte ich euch das im Juli hochgeladen, 2019. Und auch ich entwickle mich, auch wenn ich täglich mit Hefewasser schon fast backe. So, und während der Teig bei Zimmertemperatur Zeit bekommt zum Aufgehen, dauert ca. 8-12 Stunden, kümmern wir uns schon mal um die Füllung. Ich habe jetzt hier wieder den Foodprozessor, gebe auch hier wieder das Mittelstück ein, aber jetzt nicht den Teighaken, sondern hier das Messer. Das ist sauber, aber zum Schutz ist da nochmal so ein Plastiküberzug und den packe ich immer dazu, damit ich da nicht versehentlich, wenn ich in den Schrank greife, in das Messer greife. Den einmal draufsetzen und schon könnt ihr die Nüsse hinzugeben. Selbstverständlich könntet ihr auch die gemahlenen kaufen, aber frisch gemahlen ist doch so viel leckerer. Dann ein bisschen Zucker und Zimt, Backkakao. Ich habe hier schwach entöten genommen, da sind mehr Mineralstoffe drin. Ein wenig Butter und auch hier an die Veganer gerne vegane Butter nehmen, Vanilleextrakt und schon könnt ihr die Klappe wieder schließen. Und auch hier wieder auf die Pfeile achten. Ich lache nur gerade kurz, weil ich schon weiß, was gleich kommt. Also, im Moment drehe ich ja ohne Ende Videos. Ich habe jetzt diese Woche Urlaub gehabt und stand wirklich von morgens bis abends in der Küche für die Videos und wollte schon viel mehr geschafft haben. Und auch mir geht mal was durch. Ich war jetzt hier so richtig schön am Malen und habe mich schon gefreut. Dieser Nussgeruch, der ist einfach fantastisch und dieser Nusszopf, der schmeckt wirklich lecker. Und das sage ich nicht nur, weil ich euch das Rezept hier zeige, sondern der ging wirklich weg wie warme Semmel. Und dann mixe ich so die Nüsse und denke so, Mensch, ich weiß auch nicht, irgendwie das wird irgendwie nicht so richtig schön. Was ist denn da los? Naja gut, hilfst du hier nach. Die haben bei der Küchenmaschine extra nochmal so einen Spatel mit dabei. Also Kurzmaschine ausgeschalten. Das hier nochmal dazugegeben. Wieder Deckel drauf. Auf die Pfeile geachtet, dass das schön fest ist. Und wieder weiter gemalt. Und dann denke ich, Mensch, stimmt doch irgendwie was nicht. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ihr könnt jetzt hier einfach das schwarze Teil rausnehmen und gebt bitte noch die Milch hinzu. Die hatte ich vollkommen vergessen. Ehrlich. Die Milch stand die ganze Zeit da bei der Seite, war vorbereitet und ich vergesse die einfach hinzuzugeben. Also, ihr könnt sie nachträglich dann über diesen Stöpsel da hinzufügen. Dann bitte einmal weitermixen und schon bekommt ihr endlich so eine homogene Masse. Und das wollte ich haben. Jetzt sieht das gerade auf diesem Videostück ein bisschen hell aus. Die ist dunkler. Ich muss noch an meinem Licht arbeiten, aber ich habe so wenig Platz in meiner Küche. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Drückt mir da wirklich die Daumen. So, die Masse ist sehr flüssig. Sie wird auch nicht sehr viel fester. Ich gebe sie aber zwischenzeitlich trotzdem eben in den Kühlschrank, weil bei mir der Teig noch nicht ganz aufgegangen war. Kurz abdecken und weg damit. Und wenn der Teig so aussieht, schöne Bläschen sich entwickelt hat. Guckt mal. Das ist genau das, was wir wollen. Dann könnt ihr weitermachen. Ich kriege manchmal die Frage, Mensch, immer wie lange muss der Teig gehen gehen oder mein Teig geht nicht auf. Woran liegt das? Tatsächlich könnt ihr sehen, da vorne oben links ist so ein Thermometer bei mir. Das heißt, ich habe tatsächlich ohne Übertreibung, ich habe keine Heizung bei mir in der Küche. Das ist so eine offene Wohnküche. Ich habe tatsächlich im schlimmsten Fall mal 23, aber tatsächlich eher 25 bis 26 Grad bei mir. Es ist sehr hefefreundlich. Das heißt, ist es bei euch nicht warm genug, dann kann ich euch empfehlen, die Teige im Backofen mit eingeschaltetem Licht und geschlossener Tür zu geben. Oder vielleicht habt ihr noch so eine Styroporkiste oder vielleicht auch eine Kühlkiste, wo ihr dann einfach eine Wärmflasche hinzugebt, wo die Teige dann aufgehen können. Ein Video dazu habe ich schon gemacht, saures Hefewasser, guckt mal oben rechts, da verlinke ich euch das. Übrigens verlinken, unten in der Beschreibung findet ihr nicht nur das Rezept und die Mengenangaben, sondern auch das Equipment, das ich nutze. Und das kann ich euch tatsächlich ans Herz legen. Früher, als ich angefangen habe zu backen, habe ich auch sehr minimalistisch gebacken. Aber auch wie jetzt zum Beispiel hier der Mehlstreuer, ich finde, gerade in der Plätzchen- und Weihnachtszeit erleichtert das einem wirklich das Leben und es ist ein bisschen schöner und bequemer. Klar, geht natürlich auch alles ohne, auch ohne Küchenmaschine geht es, aber wenn man sie erstmal hat, weiß man sie auch sehr zu schätzen. Und normalerweise habe ich ja die Kenwood Cooking Chef und finde diese Küchenmaschine aber richtig genial, besonders wenn ihr wenig Platz habt, denn sie braucht nicht viel Platz. Also das sind 15 bis 20 Zentimeter vielleicht in der Breite und vor allem für kleine Haushalte, für ein bis zwei Personen ist die optimal. Und das Tolle daran ist, ihr habt auch nochmal einen Rabattcode, den schreibe ich euch natürlich nochmal unten in die Beschreibung. Der gilt jetzt, ich habe jetzt die blaue Maschine zum Testen erhalten, der gilt jetzt für die graue Variante und die ist aber genauso toll mit dem gleichen Equipment. Und ich zeige euch demnächst nochmal ein paar mehr Videos, was ihr damit alles machen könnt. Da dürft ihr euch wirklich überraschen lassen. Fugacetta, Scarpaccio und vielleicht gibt es auch noch so einen schönen Orangen-Schoko-Brownie. Okay, also ich teste da wirklich einiges für euch aus, damit ihr auch wisst, ob das das Richtige für euch ist. So, der Teig ist jetzt schön rechteckig ausgerollt, fast 60 Zentimeter breit und jetzt kann ich hier die Creme einmal verteilen, die schöne Nussmischung. Und wichtig, ihr könnt natürlich jede Nüsse nehmen, die ihr wollt. Mandeln oder nur Walnüsse oder nur Haselnüsse. Das bleibt euch überlassen. Ihr könnt die Nüsse auch vorher nochmal ganz vorsichtig in der Pfanne anrösten. Dann habt ihr auch nochmal ein ganz besonderes Aroma. Das habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht, denn es musste bei mir ausnahmsweise mal schnell gehen. So, und ihr seht, es ist ganz einfach. Es ist keine feste Masse, sodass ihr Schwierigkeiten beim Verteilen habt und der Teig dann vielleicht reißt. Es ist ein super einfaches Rezept und nicht nur ganz normal, sondern auch vor allem veganfreundlich. Und das finde ich tatsächlich wichtig, denn ursprünglich weiß ich noch, kann ich mich erinnern, als ich das erste Mal von veganer Ernährung hörte, habe ich gesagt, oh Gott, muss das jetzt auch noch sein. Bin ich ganz ehrlich, da war ich nicht so positiv eingestellt, aber habe mich ein bisschen damit befasst und ich finde es tatsächlich interessant und wichtig, dass wir abwechslungsreich uns ernähren. Wir sind ja Allesesser und ich finde, Allesesser heißt nicht, dass wir immer Fleisch essen müssen oder immer Milchprodukte zu uns nehmen, denn tatsächlich, die Milchprodukte sind ja eigentlich nicht für uns, sondern für die Kälber. So, wenn man das jetzt mal so ganz streng nimmt. Und wir persönlich sind zu Hause nicht vegan, das möchte ich aber auch nochmal sagen. Ich finde es aber ganz schön, wenn man zwischendurch die Rezepte, die man backt, ein bisschen vegan gestalten kann. Also ich finde es zum Beispiel ganz toll, dass dieses Rezept keine Eier hat. Ist kein Muss, wie ihr seht. Es wird trotzdem richtig schön. Der Teig ist toll elastisch und er hat richtig gut geschmeckt. Also probiert es aus. Ich bin schon sehr gespannt. Achtet ihr so ein bisschen auf vegane Ernährung oder nicht? Lasst es mich gerne einmal wissen. Ich weiß, einige sind da sehr kritisch dazu, aber probiert es einfach mal aus. Es gibt ja auch tatsächlich auch so diese negativen Beispiele bei veganen. Ich denke da an diese militante Veganerin. Das muss jeder für sich selber entscheiden, finde ich. Und wie gesagt, wir sind zu Hause keine Veganer, aber ich probiere solche Rezepte auch gerne mal aus. Habe aber hier jetzt auch tatsächlich Kuhmilch verwendet und richtige Butter, wobei ich auch vegane Butter mal zum Probieren zu Hause habe. So, ihr habt gesehen, ich habe den Teig bzw. die Füllung jetzt richtig verstrichen. Und dann rollt ihr das jetzt ganz einfach von der einen Seite zur nächsten auf. Versucht immer ein bisschen dran zu ziehen, nach hinten und dann erst zu falten. Dadurch wird es fester dann später. Das bedarf ein wenig Übung. Und ich habe die Herausforderung, dass ich das so machen muss, dass ihr nicht nur meine Arme seht, sondern das Gebäck. Und deswegen habe ich hier manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich hoffe, ihr könnt das richtig schön sehen und das ist ganz klar. Es ist sehr einfach und so lecker. Und wenn ihr möchtet, dass ich euch das mal mit Schokolade und vielleicht so Schokostückchen zeige, lasst es mich gerne wissen. Da bin ich natürlich offen für solche Vorschläge. So, die Rolle wird jetzt einfach durchgestochen. Das könnt ihr mit einem Messer machen oder hier mit so einer schönen Metallteigkarte. Wie gesagt, Equipment steht alles unten in der Beschreibung. Ebenso der Rabattcode für diese tolle Küchenmaschine. Und dann, das Schwierigste haben wir schon hinter uns, denn jetzt wird das nur noch so übereinander gerollt. Also, das sieht zwar sehr raffiniert aus, geflochten, aber das ist es gar nicht. Tatsächlich wird einfach das Offene, so gut es geht, nach oben zeigend übereinander gefaltet. Schaut mal. Zack, zack, zack. Ja. Wie gesagt, die Kamera ist mir da so ein bisschen im Weg, dass ich da mich ordentlich entfalten kann. So rüber gefaltet und das war es schon. Das war wirklich das Schwierigste. Das Ganze geht jetzt auf ein mit Backfolie oder Backpapier ausgelegtes Backblech. Und jetzt kommt das Wichtige. Es sollte nochmal 30 bis 60 Zentimeter, 30 bis 60 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen, bevor er dann in den vorgeheizten Backofen geht. Ich nutze ja seit einiger Zeit diesen Mini-Backofen dafür. Der braucht nur eine Minute Vorheizzeit maximal. Ich sprühe ein bisschen Wasser mit hinzu, ab dann in den Ofen damit und während er es backt, bereite ich schon mal den Zuckerguss vor. Ich habe hier ein bisschen Milch, die ich zum Puderzucker gebe. Ihr könntet auch Zitrone oder Wasser nehmen, aber durch die Milch wird das ein bisschen weißer. So, schön vermengen. Ich mache das erstmal ein bisschen fester, denn so kriege ich das hin, dass weniger Klümpchen entstehen und gebe dann schlückchenweise Milch hinzu, damit ich die Konsistenz erhalte, die ich gerne haben möchte. Ich mache das bei diesem Zopf so. Beim ersten habe ich das flüssiger gemacht. Dieses Mal mache ich es ein bisschen fester. Das könnt ihr aber selber entscheiden, wie fest oder wie flüssig ihr das haben möchtet. Ihr könntet auch den Guss weglassen. Ich persönlich finde ihn richtig schön und vor allem werde ich ihn nach dem Guss auch nochmal ein bisschen mit gehackten frischen Walnüssen bestreuen. Dann habt ihr nochmal so einen kleinen Crunch neben diesen schönen fluffig weichen Teig. Ihr hört schon, ich schwärme. Aber es ist auch wirklich sehr lecker. So, hier einmal vermengen. Übrigens, wenn euch dieses Video gefällt und ihr auch Spaß am Backen habt, so wie ich, dann freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und mir vielleicht auch noch mal ein Like gebt. Habt ihr Fragen, die ganz dringend sind, die schnell beantwortet werden müssen, dann schaut doch bitte einmal unten in der Beschreibung. Da habe ich hier die Emma-Backt-Familie hinterlegt, die Mitgliedschaft, die monatlich kündbar ist. Aber so könnt ihr eure Fragen schnell beantwortet bekommen. So, hier sind die frischen Walnüsse, die ich jetzt auch schon mal vorbereite. Das waren jetzt so circa fünf, sechs Stück. Ihr könnt auch mehr oder weniger nehmen. Vielleicht auch nochmal andere Nüsse, ganz wie ihr wollt. So, ich hacke die auch wirklich nur so grob zusammen. Also ein paar feinere, ein paar gröbere Stücke. Die gehen jetzt erst einmal zur Seite. Und hier ist der Zopf. Ist der nicht schön aufgegangen? Und der ist so richtig schön saftig. Ihr könnt, wenn ihr wollt, nochmal die Temperatur nachmessen. Es ist so bei solchen Gebäcken ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt 87,6 Grad. Man sagt, der hat, man kann da nochmal so drei Grad drauf rechnen und ab 90 Grad ist das in Ordnung. Das heißt, bei 87 Grad ist dieser Zopf schon vollkommen in Ordnung und okay und ihr könnt ihn rausnehmen. Ihr könntet ihn auch länger drinnen lassen. Dann besteht aber die Gefahr, dass er schnell trocken wird. Deswegen, wie gesagt, bei mir, 87 Grad ist für mich völlig in Ordnung. So, dann habe ich ihn eingestrichen und dann mit Nüssen bestreut. Und am besten lasst ihr ihn nur ganz kurz abkühlen, bevor ihr ihn ganz leicht warm nochmal eben genießt. Aber ich zeige euch nochmal den Anschnitt. Lohnt sich wirklich. So, ein paar mehr Nüsse gehen ja schon immer, ne? Wie macht ihr euren Zopf? Macht ihr Hagelzucker drauf, nur den Guss? Lasst es mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und vor allem, ich weiß, einige von euch haben die Küchenmaschine schon gekauft und nutzen sie. Wie zufrieden seid ihr? Macht es euch genauso viel Spaß wie mir? Oder sucht ihr gerade noch nach einer Küchenmaschine? Oder habt ihr schon eine? Schreibt es mir doch gerne einmal rein. Und guckt mal, wie fluffig weich der ist. Ich schneide hier jetzt ungefähr daumendick, fingerdick, große Stückchen hier ab. Der ist wirklich ganz frisch aus dem Ofen. Gerade ein bisschen abgekühlt. Und guckt mal, hier sind noch weitere leckere Rezepte für euch. Habt viel Spaß beim Anschauen. Genießt es. Und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma Mh, dieses Brot sieht doch sehr raffiniert aus, ist aber ganz einfach und so köstlich. Nicht nur zur Weihnachtszeit. Fangen wir hier erst einmal mit einem Brühstück an. Dafür habe ich altes Brot geröstet und fein gemein. Alternativ, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch Paniermehl nehmen. Und übergieße das mit kochend heißem Wasser aus dem Wasserkocher. Die genauen Rezeptangaben, also die Mengen und die Rezeptur, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Und nochmal zum Schluss, dann könnt ihr nämlich ein Screenshot von machen. Stellt euch nicht zu nah am Wasserkocher, dann verbrennt ihr euch wie ich gerade eben. Rührt es schnell um, denn das Wasser zieht verdammt schnell ein. Ich gebe noch ein bisschen zu. Wie gesagt, die Gesamtmenge steht nochmal unten. Und dieses Brühstück könnt ihr bei jedem Brot noch zusätzlich machen. Besonders, wenn ihr Dinkelbrote macht. Denn Dinkelmehl neigt dazu, immer so ein bisschen trocken zu werden. Das geht dann immer ganz schnell. Und das ist natürlich sehr schade. Deswegen mit diesem Brühstück verhindert ihr das. Dadurch habt ihr ganz lange Freude an euren Broten. Also testet das einmal unbedingt aus. Und schreibt mir mal in die Kommentare, welche Brote ihr immer am liebsten macht. Und ich kann euch tatsächlich sagen, ich arbeite an neuen Rezepten für euch. Aber das ist eines meiner neuen Favoriten. Richtig lecker aber. Das seht ihr nochmal zum Schluss. So, wenn das grob verrührt ist, zur Seite stellen. Das brauchen wir gleich wieder. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Protagonisten hier in diesem Rezept. Das sind die Flohsamenschalen. Habt ihr noch nie davon gehört? Wie gesagt, ich verlinke euch nochmal alles unten. Und das mit ganz normalem Wasser, mit Zimmertemperatur einmal vermischen. Da müsst ihr auch sehr schnell sein. Denn diese Flohsamenschalen können wirklich ein Vielfaches ihres eigenen Volumens aufsaugen an Wasser. Und dadurch habt ihr wirklich ein tolles Ergebnis bei euren Broten. Besonders, falls ihr glutenarm oder glutenfrei backt, kann ich euch so ein Quellstück mit Flohsamenschalen wirklich sehr ans Herz legen. Richtig klasse. Ich habe damit schon einige Brote gebacken und die Ergebnisse werden immer richtig lecker. Auch hier. Einfach eben schnell verrühren und zur Seite stellen. Ihr seht gleich, was dabei rauskommt. So, und hier darf ich euch heute wirklich was Besonderes zeigen. Ich zeige euch mal, wie ihr das zusammenbaut. Das ist eine neue Küchenmaschine, die ich hier einmal austesten und euch zeigen darf. Normalerweise arbeite ich ja mit der Kenwood Cooking Chef. Das wissen ja einige. Aber manchmal ist es ja so, da gibt es vielleicht nur so ein, zwei Personen im Haushalt oder ihr habt auch nicht so viel Platz. Dann ist diese Küchenmaschine wirklich perfekt dafür. Ihr könnt Teige bis 500 Gramm Mehl verarbeiten und zufällig sind ja die meisten meiner Rezepte mit 500 Gramm Mehl. Ganz selten mal mit einem Kilo, aber da kann man das ja auch halbieren. Deswegen ist das wirklich perfekt. So, ich habe jetzt Dinkel und Dinkelvollkornmehl und Salz in die Schüssel hineingegeben. Jetzt noch die selbst hergestellte Hefe. Das Hefewasser, wie ihr die macht und Alternativen hierzu. Falls ihr das noch nicht habt, schaut mal oben rechts unter dem I. Noch ein bisschen Wasser und schon geht hier einmal der Deckel drauf. Ihr seht, das ist total einfach, unkompliziert. Danach geht das schon hier auf die Küchenmaschine und ihr seht, also die ist mindestens halb so klein, wie meine Kenwood. Achtet darauf beim Zuschließen, dass die Pfeile aufeinander gucken und auch hier rechts bei dem Deckel. Tut er das nicht, geht die Maschine gar nicht an. Hier haben wir einmal diesen Push, dann drei Stufen, die reichen vollkommen aus. Ich habe meine bisherigen Teige immer bei Stufe 1 gemacht und wenn die so ein bisschen fester sind, haltet oben einfach ein bisschen an diesem Deckel fest. Das reicht vollkommen aus, ansonsten würde die Maschine ein bisschen hüpfen. Aber statt zum Beispiel 1500 bis 1700 Euro für eine Kenwood Cooking Chef, habt ihr die tatsächlich für noch nicht einmal 100 Euro. und gerade bei diesen Preisen, die es ja gibt und man muss sparen, braucht ihr dann zukünftig nicht mehr mit der Hand kneten, sondern könnt dafür diese Küchenmaschine benutzen. Verlinke ich euch natürlich immer unten in der Beschreibung. So, ich messe jetzt mal die Temperatur vom Brühstück. Ja, 40 ist schon okay, gerade so grenzwertig, aber das vermenge ich jetzt ja gleich nochmal und dann passt das. Also es sollte nicht heißer als 40 Grad sein, ansonsten würden eure Hefekulturen absterben. Das wollen wir nicht, denn unser Brot soll ja wunderbar aufgehen. Das gebe ich jetzt hier in meine große Schüsse von Riesemalie und auch gleich die Flohsamenschalen und ihr könnt es sehen, das wirkt jetzt gerade sehr fest und kompakt und dazu kommt jetzt nochmal hier den Teig, dafür den Deckel kurz aufdrehen. Dann könnt ihr das hier rausnehmen und tatsächlich bin ich schon mal gespannt, ob ihr diese Küchenmaschine schon kennt und habt oder ausprobieren möchtet. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich finde sie halt wirklich perfekt für kleine Haushalte mit ein oder zwei Personen. Deswegen nutze ich ja die Kenwood, weil wir ja mehr als zwei Personen sind. Wir haben ziemlich viele Münder, die gefüttert werden müssen. Deswegen brauche ich eine größere Maschine mit mehr Teigvolumen. Aber es gibt ja ganz viele Haushalte, bei denen entweder die Küche zu klein ist oder die auch gar nicht diese große Schüssel brauchen. Und da ist das wirklich klasse und ich bin schon mal gespannt, was ihr davon haltet. Die hat auf jeden Fall richtig viele tolle Bewertungen und da kann ich mich auch nur anschließen und ich zeige euch demnächst nochmal tolle neue Rezepte auch damit und auch damit ihr wisst, wie ihr diese Küchenmaschine handhabt. Jetzt aber wieder weiter zum Brot. Ich knete da jetzt einmal das Brühstück und das Quellstück ein. Hier jetzt nochmal auf der Arbeitsfläche, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen, weil da die Beleuchtung auch einfach so ein bisschen besser klappt. Und den Teig habe ich ungefähr drei Minuten geknetet. Einige von euch wissen ja, Dinkelteige so fünf bis sieben Minuten und dadurch, dass ich das jetzt nochmal per Hand knete, kommt da ja auch nochmal Zeit hinzu. Deswegen nicht zu lange in der Küchenmaschine, weil ihr den Teig sonst überkneten würdet. Und gerade bei Dinkel muss man da natürlich ein bisschen drauf achten. Ich knete jetzt hier auch nur so lange, bis die Komponenten richtig ordentlich eingeknetet sind und die auch nicht mehr zu sehen sind. Also, dass ich keine Stückchen oder Teile mehr vom Brühstück sehe. Die Flohsamenschalen sehe ich schon lange nicht mehr. Die verschwinden gleich ganz schnell, zumindestens von der Optik her. Und ihr seht, der Teig wird klebriger. Lasst euch da nicht abschrecken. Einfach weitermachen, kein Mehl hinzugeben. das funktioniert so. Einfach weitermachen, so. Und nachher haben wir ja eine Teigkarte. Die macht die Arbeitsfläche dann auch wieder sauber. Und so muss er aussehen. Genau so. Das wird jetzt richtig schön. Und ich freue mich so sehr darauf, euch immer neue Brotrezepte zu zeigen. Wenn euch das Video und das Rezept gefallen, dann freue ich mich auch, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und den Kanal abonniert. Und falls ihr mehr wollt, exklusive Rezepte vorab und auch Videos und vielleicht auch einfach ein bisschen Unterstützung, damit ich noch mehr leckere Rezepte euch zeigen kann, dann schaut mal unten in die Beschreibung. Da habe ich nicht nur das Rezept und das Equipment, das ich benutze, sondern ich habe da auch nochmal eben die Mitgliedschaft. Die ist monatlich kündbar und ihr könnt euch aussuchen, welche Stufe ihr nehmt, was für euch interessant ist und gerade, wenn euch eine Frage auf der Zunge brennt, dann kann ich euch das sehr empfehlen, denn Mitglieder kriegen da tatsächlich immer eine schnellere Antwort und ich entledige mich jetzt hier erst einmal des Teiges von den Fingern. Ihr seht, klebrige Angelegenheit. Ihr könnt auch bei einer größeren Maschine das auch dort kneten, aber ich finde das per Hand immer nochmal ganz gut. Mache jetzt hier die Arbeitsfläche einmal sauber. Ihr seht, das geht ganz einfach und dann ist der Teig auch schon fertig und darf einmal in eine Schüssel gegeben werden. Da kann ich euch sehr ans Herz legen, hier eine Glasschüssel zu verwenden, dann könnt ihr nämlich die Entwicklung des Teiges am besten beobachten. ab hier in die Schüssel und ihr seht, hinten bei mir an der Temperatur, es ist bei mir immer kuschelig warm. 26 Grad durchschnittlich in der Küche, das reicht vollkommen aus. Besser wären noch 28, ist es bei euch kälter, stellt einfach den Teig in den Backofen mit eingeschaltetem Licht oder ich habe ja auch den Mini-Backofen, der ist klasse, weil der wenig Strom verbraucht. Wie gesagt, alles unten verlinkt. So, der Teig ist wunderbar aufgegangen, brauchte so circa 10, 12 Stunden bei Zimmertemperatur. Dann verteile ich jetzt hier ein bisschen Mehl und gebe dann diesen wunderbaren Teig. Guckt doch mal, da hat die Hefe so toll gearbeitet, echt klasse und ich finde tatsächlich, wenn man noch mal so ein Brühstück hat, dann gibt es immer noch mal so eine Wärme an den Teig und gefühlt, aber das mag subjektiv sein, geht der Teig dann noch schneller und besser auf. So, einmal strecken und falten von jeder Seite. Das erzeugt noch mal ein extra Volumen und ein besseres Ergebnis. So, ein bisschen strecken, falten und rund formen. So sieht das doch gut aus. und das Schlimmste habt ihr schon hinter euch, denn dieses Gitter ist super einfach und es sieht einfach toll aus, ist ein schöner Hingucker. Gebt aber immer noch mal ein bisschen Mehl hinzu, denn der Teig ist sehr klebrig, was wieder gut ist, denn dadurch haben wir ein perfektes, späteres Ergebnis. So, einmal umdrehen und jetzt auch hier noch mal ein bisschen Mehl drauf. So, und ich finde, diese Streuer sind perfekt dafür. Dann hat man immer noch mal das ein bisschen besser als Ergebnis, ein bisschen feiner. Dann nehmt ihr Nudelholz und nehmt einfach ein kleines Stück hiervon und rollt das aus. Das ist schon wirklich das ganze Geheimnis und eine andere Zuschauerin hat schon geschrieben, ein Teigstück abmachen und so. Nee, macht das so, das ist viel einfacher, weniger kompliziert, einfach ein bisschen abnehmen. Ich habe jetzt geguckt, ein bisschen fehlt hier noch. Ihr könnt hier auch ein bisschen noch nachmehlen. Das streichen wir nämlich gleich wieder ab. So, ja, da darf man auch ein bisschen großzügiger sein. Und macht das ruhig groß. Das ist gar kein Thema, Thema. So, und jetzt ist es so, jetzt wollen wir ja die erste Schicht Saaten machen. Wenn wir das jetzt da auf das Mehl geben, klebt das nicht. Also, streichen wir das Mehl mit ein bisschen Wasser ab. So, es darf auch runterlaufen, das ist okay. Nur so ein bisschen grob. Also, das muss gar nicht so fein sein. Schon zur Seite stellen. Dann habe ich jetzt hier Sesamsamen genommen. Ihr könnt selbstverständlich auch die Saaten austauschen. Ihr könnt da jetzt Sonnenblumenkerne drauf geben, Chiasamen, was auch immer ihr möchtet. Leinsamen natürlich auch. Sehr lecker und gesund. Vor allem, wenn ihr sie schon vorher schrotet. So, ich habe mich jetzt einfach von der Optik her für Sesamschalen entschieden. ein bisschen geht da noch. Ein bisschen an den Seiten, ein bisschen festdrücken. So, und dann hier gucke ich, das passt, eben übergeschlagen lassen und dann kommen hier nämlich unten die Mohnsamen. Ihr könnt, wie gesagt, das austauschen. Ich finde, das einfach sieht toll aus und vom Geschmack her, die Kombination Sesam und Mohn richtig klasse. Schreibt mir aber, wie gesagt, immer noch mal unten rein, für was ihr euch entschieden habt. Kanntet ihr diese Art von Broten schon? Da bin ich auch sehr gespannt. Wie gesagt, eine Zuschauerin hatte das auch schon mal gemacht, hatte das dann abgetrennt. Ich persönlich finde, dass diese Variante viel einfacher und anfängerfreundlicher ist. Drücke das noch mal fest und habe jetzt hier ein Gitterroller. Habt ihr das nicht, könntet ihr jetzt auch mit dem Messer hier einfach drauf schneiden, aber mit dieser Variante kriegt ihr natürlich dieses raffinierte Muster hin. Einfach ganz vorsichtig hier so ein bisschen rollen und dieser Gitternetzroller ist wirklich sehr schwer und qualitativ hochwertig. kann ich euch sehr ans Herz legen. Probiert es aus und es wird demnächst noch viele weitere Rezepte damit geben. So und die Seiten, die drücke ich jetzt einfach nur ganz kurz ein bisschen fest und schon geht das Brot auf hier mein Blech. Ich werde jetzt noch mal eben den Ofen vorheizen. Dafür gehe ich hier auf die Funktion backen, ändere die Temperatur auf die Höchsttemperatur von diesem Mini Backofen. Das sind 230 Grad, reichen vollkommen aus für dieses Brot. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt am Bildschirm. Jetzt 230 Grad. So und dann stelle ich die Zeit ein. Das Brot wird ungefähr so 40 Minuten circa drin sein. Deswegen werde ich jetzt fünf Minuten zum Vorheizen einplanen und der Teig hat zwischenzeitlich aber nochmal eben 30 bis 45 Minuten geruht. Erst dann hatte ich den Backofen eingestellt, das vielleicht noch mal kurz als Hinweis. Ein bisschen Wasser reinsprühen, reicht wirklich ganz wenig und schon schnell die Ofentür zu und guckt euch das an. Ist das nicht richtig schön aufgegangen? Ich liebe einfach dieses Ergebnis. Einfach fantastisch, perfekt geworden und jetzt schnell den Anschnitt und ehrlich, ohne Spaß. Dieses Brot ist so saftig und ihr hört schon wieder, wie ich schwärme. Aber ich freue mich einfach, dass man zu Hause so köstliches Brot backen kann und immer mal wieder was Neues ausprobiert und ganz weich fluffig. Hier gibt es weitere Videos für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und liebe Grüße, eure Emma. Heute gibt es etwas Besonderes, aber bevor es losgeht, gibt es hier erstmal den Zusammenbau, hier der Deckel, denn heute brauchen wir diese tolle Küchenmaschine und ich benutze mal zum Test alle Reiben, denn heute gibt es Scarbaccia di Zucchini. Ein italienisches Gericht aus der Toskana. Hier bei dieser Reibe bitte darauf achten, es gibt da eine Sternseite und eine runde Seite. Die Sternseite muss hier nach unten die anderen werden doppelseitig benutzt. Dann machen wir den Deckel hier direkt drauf, Pfeil auf Pfeil und schon geht es los. Anschmeißen und wir raspeln erst einmal die Zucchini. Ich mache das wie gesagt zum Test hier jetzt mit allen Raspelscheiben, denn ich hatte euch ja schon mal ein, zwei Videos gezeigt. Ich habe diese Küchenmaschine einmal zur Verfügung gestellt bekommen und dann muss ich natürlich auch für euch testen, ob die denn auch gut ist. also hier noch mal die Raspelscheibe. Wir wollen hier einmal Scheiben haben, die grobe Raspe ist unten, zack, wieder zu und dann kommt das nächste Stück Zucchini. Das habe ich jetzt halbiert, weil das einfach ein bisschen zu breit ist, aber das ist ja meistens bei den Foodprozessoren so, dass man die ein bisschen kleiner schneiden muss und dann zack, wieder rein. bei den Scarpaccia die Zucchine, also ist im Prinzip quasi wie so eine Quiche, kommt aus dem Bereich Toskana in Italien und da wird einfach das genutzt, wenn die Ernte da ist und es frische Zucchinis gibt, dass man dann sagt, okay, wir müssen das ja irgendwie verarbeiten, was können wir machen und wie können wir das Beste aus der Zucchini rausholen. Das kommt dabei raus, ein richtig toller Auflauf quasi mit der Zucchini und da kommt auch wirklich ordentlich was rein. Das genaue Rezept, was ihr benötigt, steht unten in der Beschreibung und ich bin mal gespannt, kennt ihr dieses Rezept schon? Wenn ja, schreibt es mir gerne mal rein und auch natürlich, wenn ihr es nicht könnt. Ich habe jetzt hier ein bisschen Olivenöl, gebe frisch geschnittene Frühlingszwiebeln und die Zucchini mit hinzu, denn wir schwitzen das Ganze ein bisschen an. Die Zucchini verliert ja immer ein bisschen Flüssigkeit und würden wir das nicht tun, wird es nachher sehr matschig. Ein bisschen Salz und Pfeffer, den Pfeffer hatte ich jetzt frisch bei mir gemahlen und schon geht das Ganze ab in den Topf hier. Übrigens, die Pfanne ist aus Emalie, die ist nicht Teflon beschichtet, daher ist das Öl tatsächlich zwingend notwendig, denn auch wenn es beschichtet aussieht, ansonsten würde es euch doch das Tolle an dieser Emalie Pfanne ist einfach, dass die ganz schnell Hitze bekommt und sie auch lange einschließt. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon getestet habt. Ich weiß, ein paar der Mitglieder haben auch Emalie Geschirr beziehungsweise auch Backform, da werde ich hoffentlich dann auch demnächst nochmal wieder was austesten. So, nachdem ich Flüssigkeit, die sich da jetzt bildet und rauskommt, eben schön abgießt, abgegossen werden kann, die könnt ihr später nochmal wiederverwenden, entweder in der Suppe oder vielleicht anstelle von anderer Flüssigkeit. Wir werden jetzt hier nochmal eine Masse herstellen, um das Ganze zu verdichten. Dafür habe ich jetzt hier gemahlene Kichererbsen. Ihr könnt auch Kichererbsenmehl verwenden, dann normales Mehl, entweder Dinkel- oder Weizenmehl, 405er, 550er Weizen- oder 630er Dinkel, Salz, Pfeffer und ein bisschen Knoblauch, den habe ich hier gerieben, geht natürlich auch über die Knoblauchpresse und noch zwei Eier. Wer das vegan gestalten möchte, nimmt einfach die Leinsamen Eier, also nimmt ein bisschen Leinsamen, vermengt das mit Wasser und lässt das quellen, selbst hergestellte Hefe, ein bisschen Milch, die Veganer können Kuhmilch verwenden und dann gebe ich hier den Deckel drauf, einmal einrasten lassen und dann gibt es hier noch so also falls ihr noch was abmessen müsst, den aber jetzt drauf geben, weil sonst spritzt euch die Küche voll, das wollen wir nicht und dann wieder ab auf die Küchenmaschine tatsächlich ist die Küchenmaschine richtig toll, also ich habe sie hin und her und quer getestet und wirklich viele wochen lang ausprobiert, ich finde sie ist perfekt für kleinere Haushalte so mit ein, zwei, maximal drei echt perfekten Allrounder für wenig Geld, ich habe jetzt hier nochmal Parmesan hinzugegeben und apropos wenig Geld, bei dieser Küchenmaschine in Grau gibt es 15% Rabatt, schaut mal in die Beschreibung dort wo auch die Zutaten stehen, da habe ich den Rabattcode für euch, unbedingt ausprobieren und testen, die ist schon so günstig und dann nochmal 15%, das finde ich echt ordentlich. So ich habe jetzt hier eine Auflaufform habe die eingefettet ihr könnt sie einbuttern oder mit Öl da gebe ich jetzt hier einmal die Zucchini die abtropfen durften ich würde das so eine halbe Stunde ungefähr machen die kommen da jetzt mit rein und da drüber deswegen Scarpaccia heißt eigentlich quasi schmutzig rustikal also es heißt glaube ich nur schmutzig aber es soll diesen rustikalen Charakter weil man sich fast keine Mühe geben muss also nur die Zucchini anbraten dann die Masse dazugeben grob durchmischen und das war es dann auch schon fast also ihr müsst nichts liebevoll aufschichten ich mische das jetzt hier einmal zurecht so in der Pfanne also in der Auflaufform ist ja keine Pfanne Entschuldigung so dass alles so ein bisschen grob miteinander vermischt ist wie gesagt es soll sehr rustikal aussehen und ich finde man sollte einfach mal wieder was Neues ausprobieren und manchmal ist es bei mir so dass ich nicht weiß was ich tun soll ah ja hier der Sud genau also den bitte nicht wegschmeißen den könnt ihr für eine Gemüsebrühe nehmen oder einfach nochmal wenn ihr irgendwie was würzen möchtet statt Wasser hinzugeben ist ein zwei maximal drei Tage im Kühlschrank haltbar so und das Carpaccio wird jetzt nochmal ganz liebevoll hier es ist ein super einfaches Rezept ehrlich ein bisschen Olivenöl drüber träufeln und zack schon geht's ab in den vorgeheizten Backofen bei meinem Mini Backofen nur noch eine Minute vorheizen und dann müsst ihr mal gucken ich habe den jetzt 20 Minuten bei Ober- und Unterhitze gemacht und dann nochmal 10 Minuten mit Grillfunktion und so sieht der frisch aus dem Ofen aus guckt mal knusprig lecker kann als Hauptspeise aber auch als komplettes Hauptgericht gegessen werden ich schneide das jetzt hier mit dem Pizzaroller durch geht selbstverständlich auch mit dem Messer ich wollte es nur ein bisschen sauberer machen und hier werden wir genießen noch weitere Videos für euch ich bin bald wieder zurück eure Emma heute zeige ich euch wieder ein ganz köstliches Rezept dafür brauchen wir frisch gepressten Orangensaft ihr könntet ihn auch kaufen aber da ist ja vieles drin was wir nicht wollen und wir wollen die puren Zutaten Mittelstücke rein in die Küchenmaschine hier ist jetzt die Saftpresse die ist immer im Lieferumfang mit enthalten da achtet darauf dass das größere Stück da oben ist einmal einrasten lassen und schon kann der Deckel drauf es gibt heute nämlich leckere Schoko Orangen Brownies lasst euch überraschen das ist so lecker aber erstmal den Saft hier die Küchenmaschine einrasten lassen so zack und der Pfeil muss zum Pfeil zeigen super einfach dann halbiere ich hier meine Orangen solltet ihr Bio Orangen haben dann könnt ihr vorher schon die Schale abreiben dann habt ihr da auch nochmal Orangenschale und könnt die einfach trocknen lassen bei Zimmertemperatur einfach in so eine Schale stellen so mache ich das immer das waren jetzt ausnahmsweise keine Bio Orangen daher brauchen wir hier nur den Saft und hier gibt es jetzt was ganz wichtiges zu wissen ist wirklich kraftvoll daher wenn ihr Orangen Zitronen oder was auch immer auspresst um den Saft zu genießen geht nicht auf Stufe 1 2 oder 3 sondern macht folgendes geht immer links hier auf push dann geht die immer nur ganz kurz wenn ihr das nämlich auf 1 macht geht das auch dann läuft die aber durchgehend und das kann tatsächlich sein weil die so kraftvoll ist dass das Saut und es ist tatsächlich sehr anstrengend mit der Zeit deswegen immer auf push gehen kann ich euch empfehlen so und das wichtigste haben wir schon mal den Saft dann können wir schon mal anfangen die Schokolade zu schmelzen dafür nehme ich einfach heißes Wasser in ein großes Gefäß leg hier meine Schokolade hinein Deckel drauf und einfach so stehen lassen ihr könntet auch im Wasserbad erwärmen aber so geht es einfacher dann machen wir hier jetzt eine vegane Variante von diesen leckeren Schoko Brownies ihr könnt das aber auch mit normaler Milch machen hier möchte ich euch nur zeigen wie einfach man auch Hafer selber machen kann 50 bis 100 Gramm Haferflocken ich habe jetzt die kernigen genommen und dann wirklich eiskaltes Wasser aus der Leitung hinzugeben so schön voll machen dann habe ich nämlich hier diese schöne Funktion auch noch beim Deckel ganz praktisch ist hier noch so ein Messbecher mit dabei bis zu 60 Milliliter der dient auch noch mal als Verschluss den drauf machen sonst saut ihr euch die Küche vielleicht voll und auch hier ab auf die Küchenmaschine einrasten lassen zack und dann loslegen wichtig bei der selbst hergestellten Hafermilch nicht zu lange mixen ansonsten fängt die an so ein bisschen schleimig zu werden also nur ganz kurz zack das war's schon und ihr habt eine köstliche Pflanzenmilch wusstet ihr übrigens dass bei der gekauften Hafermilch Enzyme hinzugegeben werden dieser den Hafer in Zucker aufspaltet und ihr dadurch tatsächlich Zucker in der Hafermilch habt das finde ich tatsächlich eine Frechheit denn dieser Zucker muss nicht deklariert werden er wurde ja nicht zugegeben sondern ist durch die Enzyme entstanden die verschwinden deswegen müssen auch die nicht deklariert werden deswegen macht eure Hafermilch lieber selber so und hier haben wir die Zutaten für ein leckeres Orangen Kirt das ist eine Orangen Marmelade und die Veganer unter euch nehmen einfach vegane Butter ansonsten könnt ihr auch normale Butter verwenden ich gebe jetzt hier einmal den Zucker hinein dann ein wenig Speisestärke ja die ist immer ein bisschen widerspenstig und ich hoffe das Video gefällt euch dass ihr wieder ein köstliches leckeres Rezept an die Hand bekommt was ihr Lust bekommt nachzubacken schreibt mir doch in die Kommentare was ihr euch sonst wünscht was ihr gerne mögt und ob euch das Video gefallen hat so ein bisschen Wasser kommt noch hinzu und dann ganz vorsichtig ein bisschen Orangensaft nicht wundern ich habe bei dem Orangen Curd gleich die dreifache Menge gemacht also das ist bei mir ein bisschen mehr als ihr habt in dem Rezept was unten in der Beschreibung steht da habe ich alles noch hineingeschrieben die Mengenangaben alles was ihr dann für dieses Rezept braucht so und ich mixe das Ganze richtig kräftig durch damit keine Klümpchen entstehen sollte es bei euch sein dass ihr die einfach nicht weg bekommt egal wie kräftig ihr rührt dann könnt ihr das Ganze auch eben durchsieben oder später dann wenn die Marmelade eingedickt ist geht das natürlich auch ich würde tatsächlich vorschlagen das jetzt vorher zu machen dann finde ich es ein bisschen einfacher so erst dann wenn die Klümpchen weg sind gebe ich den restlichen Orangensaft mit hinzu verrühre das und schon wird das Ganze in einem heißen Wasserbad schön heiß gekocht so rühren 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 und schade dass es kein Geruchsfernsehen gibt das riecht so lecker und ich finde es ist eine tolle Alternative zu der herkömmlichen Marmelade also Topf mit Wasser Schüssel oben drauf und dann wird das Ganze erhitzt ich habe hier meine nette Assistentin die mir hier zur Hand geht nicht wundern bei immer die ganze Zeit rühren und es kann durchaus zehn Minuten dauern bis es soweit ist dass es anfängt sich einzudecken rühren 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 immer kräftig und ich weiß nicht ob ihr es erkennen könnt es fängt jetzt langsam an so und wenn es soweit ist vom Herd nehmen und direkt einmal die Butter hinzugeben die wird jetzt aufgeschmolzen ich habe das einfach in dem Topf gelassen damit es noch schön heiß bleibt und das mit der Butter schneller geht und das war auch wirklich schon das schlimmste vom ganzen Rezept es ist super einfach aber natürlich für manche ist es schöner solche Lebensmittel und solches Essen fertig gekauft zu holen aber ich kann euch wirklich versprechen ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren dass ich das Essen selber mache es gibt das könnt ihr wirklich an einer Hand abzählen Momente wo es Fertiggerichte gibt dass wir mal zu einem Fastfood Laden oder so gehen und jedes Mal hinterher sagt sogar meine Familie mit den Kindern und bei Kindern die sind ja wirklich nicht so leicht umzustimmen sogar die sagen Mama wenn du es machst schmeckt es einfach besser und das liegt einfach daran weil wir so konditioniert sind dieses schnelle Fertig Essen wir kommen von der Arbeit das geht mir nicht anders so und dann hat man einfach keine Lust noch eben zu kochen möchte sich lieber ausruhen und hinsetzen aber ich verspreche euch wenn ihr anfangt euer Essen selber zu machen ihr könnt ja dabei auch Fernsehen gucken das mache ich manchmal auch wenn ich Abendbrot zubereite und das geht mal ein bisschen länger dann gucke ich auch immer ein bisschen Fernsehen ich verspreche euch wenn ihr anfangt eure Lebensmittel selber zu machen ihr merkt wie viel besser euch das tut wie viel gesünder und vor allem auch wie viel günstiger das Ganze ist denn diese ganzen Fertigprodukte da ist nichts drin nur Chemie ihr tut euch keinen gefallen und dazu ist es auch noch teuer deswegen hier wirklich mein Appell testet es mal aus ich habe hier auf meinem Kanal viele leckere Rezepte mit Hefewasser Sauerteig und Lievito Madre und zeige euch immer mal wieder leckere Alternativen was ihr hier damit machen könnt so ich fülle jetzt das Orangen Curd hier in Gläser die sind natürlich vorher heiß durchgespült und dann hält sich das so circa ein bis zwei Wochen im Kühlschrank ich habe jetzt wie gesagt die dreifache Menge genommen das liegt einfach daran dass ich noch ein paar anderes Gebäck damit genutzt habe wir nutzen das tatsächlich nicht ausschließlich zum Frühstück aber auf dem Brot ist es sehr lecker so nachdem das Orangen Curd fertig ist können wir uns jetzt mal den Brownie zuwenden hier das Mittelstück einfach in die Küchenmaschine geben jetzt habe ich hier den Mixer und gebe einmal ein bisschen Zucker hinzu eine Prise Salz und noch ein bisschen Backkakao dann habe ich jetzt hier ein wenig Mehl denkt bitte daran bei dieser Küchenmaschine könnt ihr bis zu 500 Gramm Mehl hineingeben dann natürlich die selbst hergestellte Hefe das Hefewasser wie das geht und Alternativen findet ihr oben rechts unter dem i dann hier meine Hafermilch wie gesagt ihr könnt auch normale Milch nehmen ein wenig Pflanzenöl ihr seht es ist wirklich total einfach und schon kann der Deckel drauf und wir mixen das Ganze durch ihr solltet das Ganze auch mit dem Teigh machen können also egal ob ihr Teigmesser genommen ich weiß gar nicht mehr warum so und schon könnt ihr das Ganze fein säuberlich durchmalen und ich bin schon sehr gespannt übrigens für diese Küchenmaschine gibt es natürlich habe ich rausgeschlagen ein Rabattcode für euch ganz wichtig zu wissen es gilt dieser Rabattcode für die graue Variante ich habe ja jetzt hier die blaue und die graue Variante finde ich auch richtig schick und dafür habt ihr 15 Prozent Rabatt und dabei ist diese Küchenmaschine schon echt spottbillig wenn man das mal wirklich mit den anderen Maschinen vergleicht und ich nutze die tatsächlich sehr gerne ich habe nur die Herausforderung da ich für die Videos immer große Teigmengen benötige und auch für meine Familie die größer als zwei bis drei Personen ist komme ich hier an meine Grenzen und das ist der die Familie größer ist und ich die Videos hier für euch drehe so die geschmolzene Schokolade ihr erinnert euch vom Anfang die kommt jetzt mit hinzu sie sollte schon ein bisschen abgekühlt sein damit sie die Hefe nicht wieder kaputt macht und dann wird das einfach schön weiter cremig gemixt ihr habt es vorhin gesehen da ist noch so ein Spachtel mit dabei bei dieser Küchenmaschine so geht natürlich auch mit Butter wie gesagt ich will weder die Veganer noch die Nicht Veganer ausschließen bei uns ist es so wir sind nicht vegan ich genieße es aber auch manchmal die Rezepte ohne Eier oder ohne Butter zu machen weil ich das einfach schön finde so ein bisschen Abwechslung rein zu bringen wie ist das bei euch achtet ihr drauf oder sind euch Eier und Butter lieber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare so der Brownie Teig geht jetzt hier direkt rein mit dem dazu gelieferten Spachtel kratze ich hier noch die Reste raus wobei man tatsächlich auch versucht ist die nochmal direkt zu naschen ich bin da ganz ehrlich bei diesem tollen Schokoladen Geruch dann habe ich jetzt hier das Orangen Curd ich das ist so lecker da habt ihr dieses fruchtige von der Orange und weil das selbst gepresst ist und nicht das aus dem Supermarkt habt ihr noch mal ein bisschen mehr Säure als jetzt bei dem gekauften Saft und ich kann das auch verstehen wenn jemand sagt Mensch Emma ich mache schon so viel ja ich habe auch nicht von jetzt auf gleich alles selber gemacht aber so schrittweise macht immer wieder eine neue Kleinigkeit stellt eure Hefe selber her euren Sauerteig backt euer Brot und eure Brötchen und irgendwann macht ihr vielleicht mal so eine Marmelade oder kocht ein bisschen Sauerkraut ein so Stück für Stück ich bin auch noch nicht da noch lange nicht dort wo ich schön Muster so ein bisschen marmoriert da wurde ein bisschen genascht und schon geht das Ganze bei Ober- und Unterhitze bei 180 Grad in den Backofen und sieht so köstlich und saftig aus vielleicht noch ein Spritzer Sahne oder ein schönes Vanilleeis dazu und die machen unheimlich satt also wirklich sehr sehr lecker circa 30 40 Minuten und hier sind weitere leckere Rezepte für euch ich freue dort zu sehen und bin bald wieder zurück Im Jahre 1932 soll der italienisch stämmige Argentinier Juan Banqueiro dieses Rezept erfunden haben schauen wir mal was es leckeres gibt in meine Küchenmaschine gebe ich erst einmal das Mittelstück und dann den Teig Rührer und dieses Rezept nennt sich Fuga Zetter und ist eine doppelteigige Pizza Variante und so lecker schaut euch das mal an ich habe ganz viele Rezepte im Internet gefunden aber dieses Rezept ist jetzt dem original am nächsten empfunden daher wünsche ich euch viel Spaß Mehl kommt erstmal hier in meine Küchenmaschine ein bisschen Salz ein wenig Olivenöl und die genauen Zutaten wie immer unten in der Beschreibung ein bisschen Wasser kommt dann jetzt hinzu und dann natürlich Hefe in Form von Hefewasser wie ihr das selber macht und welche Alternativen es dazu gibt findet ihr natürlich wie immer oben rechts unter dem E nun kann hier jetzt auch schon der Deckel drauf so drauf achten Pfeil auf Pfeil schön einrasten lassen und dann kann das Ganze geknetet werden bei der Verwendung von Dinkelmehl bitte nur 5 bis 7 Minuten nehmt ihr Weizenmehl egal ob 405er oder 550er dann bitte gerne 10 bis 15 Minuten so hier wird das jetzt ordentlich durchgeknetet läuft die Maschine und diese Maschine gibt es mit einem besonderen Rabatt für euch und zwar ist das ein tolles Gerät für 2 bis 3 Personen maximal und es gibt 15 Prozent Rabatt dabei ist die schon so günstig auf die graue Variante ich habe sie jetzt ja im blau und die graue Variante gibt es nochmal mit 15 Prozent schaut unbedingt unten mal in die Beschreibung nach da findet ihr das ganze verlinkt und guckt mal der Teig wird doch richtig schön geknetet wichtig ist zu wissen bei dieser Küchenmaschine gehen maximal 500 Gramm Teig hinein also 500 Gramm Mehl könnt ihr nehmen und deswegen finde ich ist das optimal für zwei bis drei Personen Haushalte wenn ihr eine größere Maschine braucht dann gibt es da andere Alternativen falls ihr hierzu Informationen habt oder noch irgendwie was wissen möchtet dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare so und nach 10 bis 15 Minuten können wir die Maschine stoppen und hier einmal drehen der Teig lässt sich auch super einfach raus nehmen auch dank des Öls ich packe ihn jetzt einfach in eine Glasschale damit ich besser beobachten kann wie der aufgeht mit der selbst hergestellten Hefe braucht also circa 8 bis 10 Stunden und dann bereiten wir schon ein bisschen die Füllung vor hierfür habe ich meine Küchenmaschine noch mal gereinigt und wieder baue ich die hier zusammen Mittelstück rein und dann nehme ich jetzt hier wir haben hier drei verschiedene Aufsätze und ich möchte jetzt Zwiebeln feinraspeln und da gibt es mehrere Dinge also hier einmal für die Julienne das brauchen wir heute nicht das kann zur Seite und dann gibt es hier einmal wo ich zum Beispiel gerne mit der großen Variante den Käsereibe da ist der Schlitz auch ein bisschen breiter bei den Scheiben jetzt muss ich mal kurz überlegen nehme ich die große oder die schmalere ach komm ich nehme die schmalere so hier ist die Sonne die muss jetzt nach oben zeigen weil ich ja die Scheibe möchte möchte ich es raspeln drehe ich die einfach um dann kommt auch schon der Deckel drauf und wir bereiten jetzt das Topping einmal vor das sind Zwiebeln und die werden fein gerieben und nochmal richtig schön vorbereitet und ich kann euch versprechen auch wenn ihr italienische Pizza liebt die Fuga Zetta ist richtig klasse ich gebe jetzt die Zwiebeln hier hinein wichtig die Schalen nicht wegwerfen die könnt ihr trocknen fein pürieren und habt ein tolles Zwiebelpulver zum Würzen vorher natürlich die Schalen eben waschen so hier das eine Stück das kann nochmal eben so dazu und schon wichtig die diese Reibeaufsätze bitte generell nicht in die Geschirrspülmaschine machen egal bei welcher Küchenmaschine die fangen dann an stumpf zu werden eben schnell direkt nach der Essenszubereitung mit ein bisschen Spülmittel und heißem Wasser abspülen und schon sind sie so der Spachtel ist bei der Küchenmaschine mit dabei da kratze ich jetzt hier die letzten Reste der Zwiebeln raus ihr könntet sie wenn ihr wollt auch per Hand fein reiben ich persönlich mache das aber nicht mehr wenn ich so eine tolle Küchenmaschine habe dann finde ich es tatsächlich viel einfacher das eben schnell zu raspeln so ein bisschen Olivenöl geht dann hier auch nochmal in meine Emalie Pfanne ganz wichtig wenn ihr mit Emalie bratet das ist nicht Teflon beschichtet da muss immer ein bisschen Fett dazu und dann das ist für uns neu bei der Herstellung von Pizza geben wir zu den Zwiebeln ein bisschen Oregano und lassen das Ganze richtig schön anschwitzen so guckt mal und wer mir erzählt man kann in einer Emalie Pfanne nicht richtig anbraten der hat etwas nicht richtig gemacht also ihr seht das ist ganz klasse und solltet ihr da mal Rückstände haben ich habe da so ein von Ries Emalie gibt es dann nämlich auch noch mal so ein Emalie Reiniger so ein Putzmittel auch wenn ihr mal so Kratzer in der Schüssel habt richtig klasse findet ihr auch noch mal in meinem Shop der unten verlinkt ist also falls ihr da mal was habt ich hatte mich erschrocken weil ich da auch so ein paar Kratzer meiner Schüssel hatte und habe das dann besorgt und die sieht danach aus wie neu das gleiche bei der Pfanne so schön anschwitzen und dann könnt ihr das Ganze zur Seite geben abkühlen lassen damit ihr euch nachher auch nicht die Hände verbrennt und ja selbst gemachtes Essen ist immer ein bisschen mehr Aufwand und zum anderen ist es ein pures Geschmacks Erlebnis ich habe jetzt hier ein bisschen Mozzarella den hier habe ich gewürfelt und diesen werde ich jetzt noch mal eben fein reiben dafür ist die saubere Küchenmaschine wieder dabei das Mittelstück und tja vorhin haben wir die Raspel benutzt und jetzt nehmen wir hier den oberen Aufsatz damit könnt die Schokolade raspeln damit raspel ich eben hatten wir die kleinere jetzt die größere und da einfach den Mozzarella hineingeben Maschine anschalten und zack so schnell habt ihr noch keinen Käse gerieben guckt mal wartet na Spannung steigt so seht ihr guckt mal zack 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 und schon ist das Ganze fertig also das könnt ihr wirklich mit Hand nicht schneller machen und das Ganze kann dann in die Geschirrspülmaschine und ihr so das lege ich mir jetzt erst einmal zur Seite ich hoffe dass euch dieses neue Rezept und Video gefällt wenn dem so ist freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und natürlich wenn ihr meinen Kanal abonniert denn erschreckender weise 81% der Zuschauer haben das noch gar nicht getan Mensch macht das bitte unbedingt ich freue mich riesig darüber dann kann ich euch auch immer noch mehr leckere Rezepte zeigen und falls ihr mich mehr unterstützen wollt dann guckt auch nochmal unten in die Beschreibung die Mitglieder sehen zum Beispiel viele Videos exklusiv vor allen anderen vorab und unterstützen mich mit so einem kleinen monatlichen Beitrag der selbstverständlich monatlich kündbar ist und wer das nur einmalig machen möchte der guckt mal dort ist nochmal so ein Paypal Link ich freue mich über jede Spende damit ich noch bessere Videos für euch drehen kann ihr seht hier sind ein paar Orangen übrigens in dem Glas da bereite ich schon wieder ein neues Projekt für euch vor so ein wenig Mehl auf die Arbeitsfläche gestreut das ganze Equipment wie das Rezept und auch alle Informationen zu der Küchenmaschine findet ihr immer unten in der Beschreibung wenn ihr auf mehr klickt und wenn es doch noch Fragen gibt schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare so jetzt muss ich natürlich weil diese Fugazetta diese argentinische Pizza aus zwei Teighälften besteht den Teig hier jetzt einmal zweiteilen denn unten kommt die erste Schicht dann wird diese mit leckerem Käse gefüllt dann kommt die zweite Schicht darüber und da kommt dann Zwiebeln es gibt unterschiedliche Varianten dass die teilweise innen drin auch noch mal mit Schinken oder Speck gefüllt werden oder auch oben so ein bisschen das ist wirklich von Region zu Region unterschiedlich das ist ja auch wie bei der normalen Pizza so und ich bin schon sehr gespannt habt ihr davon schon mal gehört oder habt ihr die ausprobiert schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und wenn ihr bei Facebook oder Instagram seid dann verlinkt mich auch gerne ich freue mich riesig darüber eure Ergebnisse zu sehen so ich habe jetzt hier von meinem mini Backofen hier einmal das kleine Backblech öle das hier ein mit ein bisschen Pflanzenöl und dann geht schon der erste Teig hinein wenn der sich noch nicht richtig aus dehnen lässt dann lasst ihn noch mal kurz 10 Minuten ruhen dann muss der Teig sich einfach ein bisschen entspannen und danach geht es dann viel einfacher könnt ihr auch generell machen wenn ihr Teige habt die ihr ausrollt und die ziehen sich immer wieder ganz stark zusammen dann einfach kurz 10 Minuten warten das Ganze zur Seite legen irgendwas anderes tun und danach werdet ihr sehen ist es gleich viel einfacher so ich habe jetzt auch gewartet bei mir hing das auch ein bisschen und ihr könnt es selbstverständlich auch mit dem Nudelholz machen aber ihr seht wie einfach sich das hier jetzt auch verteilen lässt und jeder italienische Pizzabäcker auch wenn das jetzt hier eine argentinische Variante ist und der was auf sich hält der nimmt natürlich kein Nudelholz sondern die Hände zum Ausbreiten eines Pizzateiges so ihr seht ich gucke einfach dass ich hier mein Backblech voll kriege also dass das schön breit es darf aber auch nicht zu dünn sein damit die Käse Füllung da nicht raus geht so und dann habe ich ja hier den gewürfelten Mozzarella ihr könnt hier theoretisch auch jeglichen anderen Käse nehmen aber tatsächlich in den originaleren Videos bzw. Rezepten die ich online gefunden habe wird immer Mozzarella verwendet deswegen kann ich euch das sehr ans Herz legen schreibt mir auch gerne noch mal in die Kommentare welche Variante ihr genutzt habt was ihr gemacht habt ich finde das eignet sich auch perfekt so als Rest Pizza dass tatsächlich ein bisschen aus aus räumen hier auf meine Arbeitsfläche so ich drücke das jetzt hier ein wenig und das reicht wenn ihr das mit Öl macht also wenn ihr das mit Mehl macht würde das auch gehen aber dann besteht die Gefahr wenn ihr später die zwei Teighälften aufeinander macht also die zwei runden Teigstücke dass die dann nicht aufeinander kleben deswegen mache ich das genau so oh ah ja stimmt Entschuldigung ein bisschen Gewürz fehlt hier natürlich auch noch Salz und Pfeffer kommt noch mit dazu ganz wichtig Fett ist zwar ein Geschmacksträger aber wir brauchen auch noch ein paar Gewürze so und dann ah ja Oregano stimmt Entschuldigung ich habe das Video vor längerer Zeit gedreht und ich habe jetzt gerade so viele Videos die ich für euch vorbereite und die in der Pipeline darauf warten dass ihr sie endlich anschaut aber dafür muss ich sie auch erst einmal vertonen also Salz Pfeffer Oregano kommt noch mit hinzu so hier schön ausrollen schreibt mir mal auch in die Kommentare falls sie andere Varianten also anderen Käse oder andere Zutaten verwendet habt würde mich sehr interessieren bei uns gibt es in der Familie ein paar schnackige Esser die zum Beispiel gekochte Zwiebel nicht so gern mögen dafür hatten wir anderen dann umso mehr von dieser köstlichen Fugazette so ich gebe die zweite Etage und dann versuche ich so gut es geht die Enden miteinander zu verbinden also ihr könnt das zusammendrücken so wie hier das ist jetzt denke ich so die einfachste Variante man könnte das vielleicht auch noch ein bisschen kunstfertiger machen so aber ich drücke das nochmal zusammen weil ich nicht möchte dass beim Backen der Käse raus fließt der soll natürlich drin sein wenn ich mir dann ein Stück abschneide dass dann der Käse schön verläuft so und deswegen kein Mehl hättet ihr da jetzt auf beiden Seiten so eine Mehl Schicht dann könnt ihr das nicht richtig zuknipsen und das bleibt nicht zusammen und platzt dann beim Backen auf so jetzt hier noch die und dadurch dass ich den Mini Backofen verwende der zum einen schneller aufheiz und damit stromsparender ist aber dadurch habe ich auch noch mal das Glück dass dieses kleine Backblech besser da drauf passt so und mit einer Gabel hier ein wenig einstechen damit die heiße Luft auch entweichen kann und das nicht sich so voluminös aufplustert wenn es nachher im Ofen backt und darauf gebe ich natürlich auch noch warm sein aber nicht heiß da ihr sonst den Teig darunter beschädigen könntet so das geht da jetzt einmal drauf so schön verteilen und sieht das nicht wirklich lecker aus ich könnte mir oben drauf auch noch mal so ein bisschen Speck vorstellen das ist bestimmt auch noch mal richtig lecker so das muss ja auch optisch hier ansprechend sein und dann gebe ich noch mal ein bisschen Mozzarella drauf ich habe den ja vorhin gerieben und der kommt jetzt als Topping hier oben darauf also wer nach dieser Pizza nicht satt ist dem kann man wirklich nicht mehr helfen also die ist richtig lecker richtig gehaltvoll und einfach ganz besonders und deswegen bin ich schon mal gespannt wie sie euch schmecken wird so schön verteilen noch ein bisschen Würze und das finde ich tatsächlich schön meistens wenn man irgendwo Pizza essen geht wenn das kein richtig guter Pizzabäcker ist dann kriegt man wirklich nur so ein fahres Zeug und das finde ich sehr schade Gewürze machen das ganze doch erst lecker so im vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze wird das jetzt schön heiß durchgebacken 200 Grad habe ich hier 35 Minuten anschalten ah ja die Zeit okay 30 Minuten ich hatte es vorher vorgeheizt und zack habt ihr so ein schönes Ergebnis goldbraun die Kruste oben so und jetzt schauen wir mal es ist sehr heiß gerade noch aber das muss ich euch zeigen so und hier guckt euch das an das ist einfach göttlich das ist wirklich richtig lecker guckt das an genießt es selber und schaut euch auch nochmal diese Videos mit leckeren Rezepten an ich bin bald wieder zurück eure Emma in diesem Video zeige ich euch sechs fantastische Gebäcke mit nur einem Teig und dazu passende Alufirmchen womit ihr dieses köstliche Gebäck verschenken könnt so ich habe jetzt hier erst einmal den Aufsatz der kleinen Küchenmaschine die ich derzeitig für euch mal ausprobiere da kommt da kommt hier der knethaken rein und dann fangen wir schon mal direkt an ein wenig Salz kommt hinein dann noch ein bisschen Mehl bitte wundert euch nicht ich mache hier jetzt gerade die doppelte Menge 500 Gramm statt 250 das was ihr unten an den Rezepten in der Beschreibung findet ist das einfache Rezept so dann hier noch selbst hergestellte Hefe wie ihr die macht und die Alternativen hierzu findet ihr oben rechts unter dem i genauso wie das Vanilleextrakt was ich hier hinzugebe und selber gemacht habe dann ein bisschen Hafermilch ihr könnt auch Kuhmilch nehmen dann ein wenig Butter die Veganer unter euch können das einfach mit Margarine oder der veganen Butter ersetzen noch ein bisschen Zucker und das war es schon Deckel drauf und ab in den Mixer beim Mehl könnt ihr zum Beispiel ein 405er oder 550er Weizenmehl oder 630er Dinkelmehl verwenden wenn ihr neu beim Thema Hefewasser seid dann beachtet bitte dass ihr vielleicht 25 bis 50 Milliliter weniger Milch verwendet dann ist der Teig noch ein bisschen fester und kompakter oder die Hälfte des hellen Mehls vielleicht mit einem Vollkormehl austauscht auch dann wird der Teig ein bisschen fester wenn er lang genug geknetet ist dann gebe ich ihn jetzt hier einfach in eine Glasschüssel dann kann ich nämlich richtig toll beobachten wie er sich entwickelt und kann schon gleich die nächsten Teige ansetzen so mein Teig ist jetzt fertig und schaut mal obwohl er verschlossen ist kommt er hier an den Seiten raus ich zeige es euch noch einmal Wahnsinn die halten so gut das ganze Equipment was ich euch empfehlen kann ihr fragt aber danach das ist so süß von euch ich verlinke euch das unten über den Shop beziehungsweise schreibe es euch auch noch mal gerne separat auf dann habt ihr das so wichtig erst einmal Mehl auf die Arbeitsfläche ganz viel Mehl da seid auch nicht zu sparsam ich habe jetzt hier wieder die halbe Menge das war in der Schüssel gerade 500 Gramm ich habe es mir halbiert damit ich euch das erste Gebäck zeigen kann ich habe alle Rezepte hierzu unten in der Beschreibung und jede Variante ist immer mit den 250 Gramm Mehl falls ihr doch noch Fragen habt oder etwas unklar ist schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare ich freue mich immer wenn ich euch weiterhelfen kann beachtet aber bitte wenn es schnell gehen soll dann guckt mir guckt euch eben kurz die Mitgliedschaft an denn es ist tatsächlich so dass ich unheimlich viel gerade für euch in der Küche stehe und backe nach diesem Video zu drehen deswegen habt bitte Verständnis dass da die Mitglieder im Moment ein bisschen Vorrang haben das heißt wenn es eilig ist da gerne mal vorbeischauen die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar das heißt nutzt das doch dann habt ihr nämlich auch das Rezept für den Christstollen den es ja erst demnächst noch mal geben wird exklusiv vorab so und ich habe jetzt den Teig einmal in drei dabei sein und teile es mir noch mal in drei einigermaßen gleich große Stücke ein denn jetzt gibt es das erste Rezept und zwar gibt es jetzt einen mini Hefezopf ich habe dieses Video auch in Kapitel unterteilt das heißt ihr könnt wirklich von Rezept zu Rezept springen zu dem was ihr gerne einmal haben möchtet so und dann diese Stücke müssen eben in kleine Rollen geformt persönlich finde bei der Sorte Teig geht das am schnellsten und am einfachsten wenn ihr das eben so auf der Hand macht könnt es auch auf der Arbeitsfläche das fand ich jetzt tatsächlich nicht so schön achtet dabei darauf dass sie einigermaßen gleichmäßig sind und nicht dass dazwischendurch sehr viel schmalere Stellen sind und dann wieder dickere ist nicht ganz so schlimm das verbeckt sich aus also nebeneinander legen ich fange immer mittig mit dem Zopf an das habe ich mir mal bei einem profi bäcker abgeguckt nutze das seither auch und finde es auch tatsächlich einfach drehe es dann um und dann müsst ihr umgekehrt flechten so rum so rum so rum ich hoffe das könnt ihr so und schon kann das schöne Stück in die Form gehen ich habe mir beim hefezopf für die rosa farben entschieden das fand ich ganz passend es gibt bei diesem set was ihr bekommen könnt da gibt es 40% rabatt jetzt für kurze zeit exklusiv hier für meine zuschauer und ich freue mich riesig dass ich euch das anbieten kann und habe das ausprobiert also vor zwei wochen hat mich das unternehmen angeschrieben ob ich das gerne machen möchte und ich habe sofort zugeschlagen weil ich euch natürlich auch was gutes machen möchte also zum einen natürlich neue rezepte aber auch nochmal wirklich 40% rabatt ich freue mich da riesig drüber ich habe die Förmchen jetzt kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen die sind aber auch wirklich super günstig und perfekt wenn ihr was verschenken wollt wie gesagt es steht nochmal alles unten in der Beschreibung der Code nutzt ihn wirklich damit ihr das auch eben haben könnt und ausprobiert also es sind da 24 stücke in diesem set das wollte ich noch sagen es gibt vier rosafarbene vier blaue vier rote vier schwarze vier goldene und vier mit so einem süßen kuh motiv und passende deckel dafür und die sind perfekt sage ich euch gleich auch nochmal darum ich werde aber jetzt erst nochmal bevor die gleich nochmal 30 bis 60 minuten bei zimmertemperatur gehen dürfen bestreiche ich sie schon mal mit ein bisschen milch so einfach grob mit dem pinsel ich gucke auch immer dass ich ein bisschen die seiten und das tolle ist die förmchen müsst ihr nicht ein buttern egal welches der gebäcke die ich euch heute zeige ihr müsst nicht einmal die form vorher ein ölen oder irgendwie einfetten das löst sich super einfach so ich gebe jetzt hier mandelblättchen hinzu ihr könnt da auch noch ein paar rosinen dazu geben mandelstifte für mich ist es jetzt heute dass ich mich für mandelblättchen und hagelzucker entschieden habe ich finde das passt irgendwie so schön zu dieser rosé farbe also kann ich euch sehr empfehlen aber schreibt es mir gerne in die kommentare welches gebäck euch hier am besten gefällt was ihr nachgebacken habt oder vielleicht welche anderen varianten ihr damit gemacht habt so und diese deckel brauchen wir dann ja später wenn wir es verschenken aber vorher bevor es in den backofen geht da müssen die natürlich wieder weg die deckel aber bis dahin drauf geben und dann bleibt ein richtig schönes warmes milieu und die trocknen nicht aus deswegen beim aufgehen ruhig mit dem deckel stehen lassen richtig klasse also bitte nehmt das unbedingt mit so und dann kommen wir gleich schon mal zum zweiten da habe ich ja extra die doppelte menge gemacht und da habe ich mir überlegt ich habe euch ja schon mal einen ganz tollen schokoladen wapp gezeigt mit bisschen einfacher denn wir haben ja in der weihnachtszeit unheimlich viel druck und stress mit geschenke besorgen mit kranz machen und weihnachtsbaum und weihnachtsessen dann kommt auch schon der nikolaus das christkind oder der weihnachtsmann je nach region das da gibt es ja unheimlich viel zu beachten weihnachtsfeier noch und nöcher und ich wollte es einfach wirklich für euch handhaben und habe deswegen einfach Marmelade genommen das ist jetzt hier eine ganz normale Beeren Marmelade die habe ich irgendwann dieses Jahr mal gemacht ich habe die abgesiebt das heißt da sind jetzt auch keine Kerne drin ihr könnt jegliche Marmelade hineingeben wer möchte darf es natürlich auch wieder schokoladig machen schaut sonst gerne nochmal eben die Rezepte an die ich euch zum Schluss verlinke vielleicht ist da eine andere Füllung die euch mehr anspricht aber ich finde tatsächlich mit der Marmelade ist es nochmal richtig lecker und mit dem hellen Teig und dieser roten Farbe sieht es auch nochmal sehr feierlich aus jetzt ganz einfach von der einen Seite aufrollen das waren bei mir von der Größe her ich würde so schätzen so circa 40 Zentimeter also die ganze Arbeitsfläche bei denen ich nagelt mich jetzt nicht drauf fest es waren ungefähr von der Länge her wo ich es eingerollt habe 40 Zentimeter und wenn das klebt einfach nochmal mit der Teigkarte ein bisschen drunter gehen eventuell da noch so ein bisschen Mehl nachschieben dann ist das noch mal einfacher es wird später nicht mehlig werden da keine Sorge denn wir geben dem Teig auch gleich hier nochmal 30 bis 60 Minuten Zeit bei Zimmertemperatur um nochmal zu entspannen und aufzugehen die Rolle wird jetzt einfach mittels einer Teigkarte oder alternativ auch mit einem Messer dann in der Mitte komplett durchgeschnitten und dann nochmal in drei gleich große Teile geteilt ich hoffe das kann man hier gut erkennen hier die erste Schale ist schon voll und ich fand das perfekt eine rote Schale zu der roten Marmelade so und wenn ihr das habt einfach ein bisschen aufklappen so dass ihr die Schichten habt und so dass die Schichten nach oben zeigen einfach umeinander drehen und schaut mal wie schön das aussieht ihr habt ein bisschen Marmelade an den Fingern aber das könnt ihr ja gleich weg machen und dann gebe ich hier jetzt tatsächlich nur die Mandelblättchen drauf ihr könntet auch noch mal Schokotropfen ein paar Früchte oder auch noch mal Hakelzucker drauf machen ich lasse es jetzt hier einfach mit dem Mandelblättchen gebe wieder den Deckel drauf es kann manchmal sein wenn er nicht sofort drauf geht dass ihr vielleicht zwei Deckel auf einmal erwischt habt das ist mir ein paar mal passiert aber die reichen wirklich aus also bei mir war es auch so ich hatte noch ein zwei Deckel mehr zugeschickt bekommen ich weiß jeden fall ausgereicht so die stehen zur seite und dann machen wir gleich den nächsten teig die teigerstellung zeige ich jetzt absichtlich nicht weil es immer die gleiche ist das ist ja das praktische ein teig sechs gebäcke beim brotteig habe ich ein bisschen was anders gemacht aber da komme ich gleich zu ich habe jetzt die rosinen in wasser eingelegt klappt auch super mit rum oder saft wichtig ist weicht es wirklich zwei bis vier stunden vorher ein damit die rosinen noch mal feuchtigkeit ziehen und das gebäck später nicht austrocknen dann streue ich hier so ein bisschen zimt drüber ich hätte eigentlich gerne meinen puderzucker streuer genommen aber da war puderzucker noch drin für die vanille kipferl die ich gerade für euch mache deswegen habe ich das eben mit dem teelöffel gemacht gebe jetzt die abgesiebten rosinen hinzu die habe ich da einfach abgegossen und das sieb dann in meine pyrex form drauf gestellt und dann ein frisch geschnittener apfel also das ist ein kompletter apfel wichtig ist bei der füllung dass ihr hier nur auf der einen seite diese hin macht verteilt es gut gleichmäßig und schaut dass die ränder nicht bedeckt sind denn da kommt gleich der einmal über und dann heben wir hier kurz ein bisschen dran also wir drücken drauf um die luft ein bisschen raus zu kriegen geht auch noch mal mit der teig karte drunter es könnte nämlich tatsächlich sein dass das ein bisschen klebt so so und das zerteilen wir uns jetzt in drei gleich große stücke das mittlere mache ich so und das dann noch einmal zweimal einstechen aber nicht ganz nach oben hin dann habt ihr es ein bisschen einfacher so würde auch gehen aber so sieht das gleich aus ich habe mich diesmal für die blauen förmchen entschieden und gebe sicherheitshalber noch ein paar rosinen oben drüber so kommt jetzt erst mal zur seite also ein bisschen auseinander ziehen und dann rechts links rechts links total einfach eben drüber flechten zack und hier die Kante könnt ihr ein bisschen überstülpen mit Dateikarte nachhelfen ab in die Form und noch ein bisschen dekorieren hier wie gesagt die Rosinen noch ein bisschen Hagezucker für die Farbe was wollt ihr mehr ah ja wir wollen auch dass das ein bisschen weich ist deswegen kleiner tipp hier gibt ein bisschen milch noch drüber so einfach mit dem pinsel ein bisschen drüber streuen dürft ihr großzügig sein das saugt sich gleich noch voll während auch dieses gebäck für 30 bis 60 minuten mit deckel drauf bei zimmertemperatur ruhen darf guckt mal ihr habt das so schnell fertig das heißt wenn ihr eingeladen seid einfach am Vortag das vorbereiten super einfach kommen wir direkt zum nächsten so jetzt gibt es kleine süße brötchen dafür habe ich das ein bisschen auseinander gezogen gar nicht groß mit der teigrolle wirklich total grob und steche mir jetzt hier mit der teig karte neun gleich große stücke ab das muss nicht perfekt sein ihr könnt da auch ein bisschen sonst nach just tieren so ihr seht der teig ist wirklich weich aber vertraut mir es lohnt sich wirklich das nachzubacken und ich bin schon sehr gespannt was schenkt ihr euren liebsten am liebsten wenn es was selbst gemachtes ist lasst es mich gerne mal wissen vielleicht habe ich dann ja dadurch wieder neue anregungen für die nächsten videos für euch so und jetzt hier einfach ein paar Schokotröpfchen habe ich gedacht wäre ganz gut von außen nach innen ein bisschen falten dann bringen wir spannung drauf noch mal kurz form in der hand und ab in die kuhform habe ich jetzt gedacht komme ich gleich noch mal zu warum ihr könnt auch eure hand ein bisschen ein mehlen wenn das wirklich sehr klebrig ist oder wie ich vorhin schon mal gesagt habe reduziert die Menge von der milch ein bisschen um 25 bis 50 milliliter wenn das für euch eine zu große klärerei ist ich kann euch aber sehr empfehlen das mal auszuprobieren denn gerade solche weichen teige sind besonders fluffig und lecker so hier die form jeweils drei brötchen ich habe das beim ersten mal gemacht dass ich beim ersten probebacken mehr reingemacht habe dann kriegt ihr die deckel aber nicht zu also geht aber dann ohne deckel so ich bestreiche die jetzt nochmal mit ein bisschen milch das wären so süße kleine milch brötchen so und wer möchte macht es wie ich ich habe hier noch ein paar schokotropfen die gebe ich jetzt noch mal drüber man könnte das vielleicht auch als schneemann so dekorieren sehe ich jetzt gerade aber gut vielleicht beim nächsten mal so und weil so schön ist von Hagelzucker drüber der geht ja immer finde ich gerade wenn es so süßes gebäck ist übrigens meine familie und ich werden im januar mal einen zuckerfreien monat starten da habe ich auch schon ein paar tolle ideen für euch wem es auch so geht der richtig zu langt an weihnachten und mitmachen möchte gebt mir mal gerne bescheid dann überlege ich mir noch ein paar extra rezepte für euch auch hier kommt der deckel drauf und ich habe jetzt hier den mini backofen genommen da passen genau sechs stück rein ich habe jetzt hier die ersten gebäcke die genügend geruht haben aber auch hier die nächsten die schöne apfel simt rosinen füllung und die kleinen brötchen auch die 180 grad bitte nicht höher bei diesen aluförmchen und dann gucken wir jetzt mal und zwar habe ich jetzt hier dinkel vollkorn mehl salz und die selbst hergestellte hefe und gebe dann noch ein bisschen wasser statt mehl hinzu das ist die einzige änderung ich schreibe es wie gesagt unten noch mal rein wenn ihr dinkel vollkorn mehl nehmt wie ich oder generell vollkorn statt dem normalen hellen mehl dann müsst ihr noch ein bisschen flüssigkeit hinzugeben nehmt brotteig dass euch das zu weich ist auch hier dann einfach 25 bis 50 milliliter von dem wasser in dem fall einfach weglassen so und ich knete das jetzt hier gerade per hand super einfach weil dinkelmehl braucht nur 5 bis 7 minuten ganz unkompliziert und ich diesen förmchen raus von der größe her aber ich finde die idee ganz süß so vielleicht habt ihr auch nachbarn die neu hinzugezogen sind da verschenkt man ja immer ein bisschen Salz und ein bisschen Brot das ganze packe ich jetzt hier in meine schüssel von ries emalier gebe hier meine abdeckhaube hinzu die große größe passt perfekt da drauf und lasse es jetzt aufgehen so glaube ich sogar mit das einfachste gebäck neben den marmeladen babka ich habe hier einen esslöffel zimt ein bisschen zucker habe den teig wie vorher auch schon ausgerollt vermische das ganze ganz einfach wirklich unkompliziert und dann kann ich euch hier noch einen tipp geben wenn ihr das ausrollt habt ihr oben ist das ein bisschen trocken damit Zucker und Zimt besser halten könnt ihr drüber sprühen mit der wassersprüh flasche oder falls ihr das nicht möchtet könnt ihr da auch eben mit pinsel und ein bisschen wasser drüber gehen dann hält die füllung viel besser bei der marmelade war das natürlich nicht notwendig weil die ist ja schon feucht da mussten wir jetzt nicht nachhelfen aber wenn ihr zimt reuen generell gerne esst kann ich euch das empfehlen das und damit hatte ich übrigens die gebäcke gestartet zeige sie aber euch zum schluss weil es eins der lieblings gebäcke glaube ich von uns allen ist es schmeckt immer lecker ist super einfach und unkompliziert und geht mit den marmeladen babgaren tatsächlich am schnellsten so hier noch so ein bisschen falls ihr das nochmal in groß sehen wollt ohne aluförmchen dass ich euch das noch mal zeige schreibt es mir gerne mal in die kommentare dann schaue ich natürlich gerne dass ich das noch mit ein baue und auch generell wenn ihr wünsche habt und wie gesagt wenn es schnell gehen muss und ihr schnelle antworten braucht kann ich euch wirklich die mitgliedschaft empfehlen nicht nur dass ihr exklusive videos vorab habt schnelle antworten ihr unterstützt damit meinen Kanal und tut mir auf was gutes und dann freue ich mich umso mehr euch dann auch wieder was gutes zu tun quasi eine win-win ich bin auch tatsächlich bei vielen kooperationen gerade dabei dass ihr noch mal rabatte und prozente bekommt nicht nur jetzt hier die 40 prozent auf diese aluförmchen sondern auch zum Beispiel diese kleine küchenmaschine da gibt es ja auch rabatte wie gesagt steht auch noch mal alles unten und es wird ja tatsächlich alles teurer und deswegen kann ich euch umso mehr empfehlen einfach alles selber zu backen natürlich ist das aufwendiger natürlich braucht das Zeit und ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern wann ich abends mal auf der Couch schlag und Fernsehen geguckt habe aber zum einen ist es günstiger zum zweiten schmeckt es besser und zum dritten tut ihr euch und eurem Geldbeutel die Rolle fertig teile sie hier wieder ursprünglich hatte ich wie vorhin schon gesagt das auch mit weniger schalen probiert mit zwei stück pro teig variante das klappte aber nicht also macht das wirklich so wenn ihr da den deckel drauf haben wollt immer drei schalen pro sorte die ich euch unten aufgeschrieben habe zu verwenden aber bei den zimt und schoko rollen wird auch selbst das sehr knapp werden also probiert es aus bei mir konnte ich die deckel bei den zimt und schoko rollen nicht richtig zumachen obwohl das der gleiche teig ist wie bei einem anderen klappte es dort weniger weil die noch voluminöser wurden aber die sind auch lecker ich glaube die kann ich gar nicht verschenken die esse ich eigentlich komplett selber hier nochmal die variante mit Schoko wichtig bitte kein gesüßten Kakao nehmen sondern den Backkakao den herben weil ansonsten wird es wirklich zu süß da kann ich euch übrigens empfehlen den schwach entöten zu verwenden der hat mehr Vitamine und Mineralstoffe ist dafür dann nicht zu dunkel einfach einfach nur dass ihr das eben wisst und wenn euch meine Videos gefallen und ihr mehr davon sehen wollt dann freue ich mich riesig wenn ihr meinen Kanal abonniert mir vielleicht auch nochmal einen Daumen hoch gebt und nochmal einen Kommentar hinterlässt das ist sowas schönes für mich und ich freue mich einfach riesig wenn ich Videos für euch machen darf und auch zukünftig weiterhin denn das ist eine sechs jahren genau seit dem 12.12. ist glaube ich das erste Video online gegangen und ich habe so viel gelernt und ich arbeite immer noch daran die Videos noch besser für euch werden zu lassen deswegen gebt mir die Möglichkeit noch mehr für euch zu testen zu lernen und zu machen ich habe auch schon wieder ganz viele Ideen so vorletztes Gebäck hatten wir mit den Schokorollen jetzt kommen wir zu dem Brot da ist der Teig ein bisschen fester das liegt jetzt bei mir aber tatsächlich an dem Vollkorn Mehl da habe ich jetzt auf der Arbeitsfläche sehr viel Mehl das ist aber auch nicht schlimm das Mehl wird da jetzt nochmal von dem Teig später aufgesogen und dann habe ich mir überlegt also entweder könnt ihr so machen dass ihr aus diesem 250 Gramm Teig drei Stücke ein Gitterbrot angezeigt also gezeigt das Video nicht angezeigt sondern ich habe euch das Gitterbrot gezeigt und das kam unheimlich gut bei euch an und dann habe ich gedacht ich mache das nochmal aber diesmal ohne Mohn und Sesamkerne ich wollte das jetzt nicht einfach so als Abklatsch machen oder quasi genau als Kopie sondern ich werde das einfach ein bisschen anders machen noch einfacher weil wir in der Weihnachtszeit wenig Zeit haben und wir sollten uns auch ein bisschen Zeit nehmen für unsere Liebsten so das heißt diesen Brotteig einfach ein bisschen rollen unten zu knipsen und auch hier von außen nach innen falten dadurch erhalten wir Spannung auf den Teig und er wird dann noch schöner als er sowieso schon werden würde so von außen nach innen immer weiter ihr könntet alternativ falls ihr habt auch ein bisschen lievi tomate oder sauerteig hinzugeben da wird der Teig dann weicher das als info ich finde die kombination von sauerteig und hefewasser wirklich perfekt aber weil ich diese gebäcke jetzt für alle zeigen wollte die vielleicht noch keinen sauerteig oder noch kein lievi tomate die italienische variante davon haben habe ich das komplett nur mit hefewasser gemacht und wie gesagt vorhin schon mal falls ihr kein hefewasser habt dort unter dem i sind dann alternativen verlinkt da ist extra ein video was ihr macht wenn ihr noch kein hefewasser habt aber bitte probiert es aus eure hefe selber herzustellen das ist so lecker ehrlich meine arbeitskollegen freuen sich auch immer wieder wenn zufällig was übrig bleibt was ich denen dann mit bringe also ihr nehmt jetzt hier nudelholz und nehmt ein bisschen von dem brot und einfach platt drücken ganz einfach ist richtig unkompliziert wie ihr seht falls es klebt ein bisschen mehl drauf noch ein bisschen mehr denn dieses platt gerollte soll gleich über das Brot gehen ich möchte das noch ein bisschen schöner haben also mehl ich das ein dann nehme ich meinen gitterroller falls ihr den im plastik habt ist das nicht schlimm aber ihr müsst fester drücken sonst kommen die rillen dort nicht hin ich habe einen richtig massiven aus edelstahl der hat so viel gewicht also im schlimmsten fall sollte ich mal überfallen werden nehme ich den als Waffe der ist wirklich sehr gut und qualitativ hochwertig wie gesagt Equipment steht unten drin einmal überschlagen ich habe das vorsichtshalber die flache Seite eben mit Wasser besprüht damit es auch kleben bleibt ein bisschen noch Form und ab in die schöne goldschwarze Form Deckel drauf und auch dieses kleine süße Brot darf ein bisschen aufgehen kommen wir zum letzten Gebäck das was ich vorhin schon gezeigt habe aber wenn es aus dem Ofen kommt braucht das noch ein bisschen Zuwendung die Zimt und die Schokorollen es gibt häufig noch mal so Toppings mit Puderzucker Wasser und noch mal eben Frischkäse ich habe mich gegen den Frischkäse entschieden damit auch die Veganer unter euch das machen können und habe einfach ein bisschen Puderzucker und Milch und hier jetzt einmal die Masse gemacht nicht wundern ich habe hier die doppelte Menge weil ich ja sechs Förmchen anstatt nur drei habe unten in der Beschreibung steht dann immer die Menge für die drei Stück so dickflüssig mache ich das ihr könnt es auch flüssiger machen das geht auch ich fand das jetzt dickflüssiger einfach angenehmer und vor allem habt ihr 250 Gramm sind die hüpfen förmlich aus der Form und hinten das sind die Zimtrollen auch super lecker das witzige war meine Familie durfte ja hier und da ein bisschen vorkosten nicht nur meine Kollegen und die waren echt so süß die haben gesagt Mensch das schmeckt schon so lecker haben dann das nächste Gebärk ausprobiert haben gesagt Mensch das wird ja immer besser das war so toll für mich und nicht weil ich Eigenlob haben möchte sondern ich finde es ist doch das schönste Geschenk das man bekommen kann wenn man etwas für andere macht egal ob es die Familie Freunde oder Verwandten sind und die einfach dann sagen Mensch das hast du toll gemacht es schmeckt richtig lecker das ist das beste was ich gegessen habe oder es gehört zu meinem Lieblings Gebäck das dann machen kann das ist einfach die Liebe die Wertschätzung finde ich einfach wundervoll und vielleicht können wir da ein bisschen mehr hingehen weniger Gutscheine oder irgendwie was schenken sondern einfach die Zeit miteinander und wenn ich mit diesem Video einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte dass ihr vielleicht beim nächsten Mal nicht irgendwie eine Krawatte oder Socken verschenkt sondern diese tolle Alufirmchen mit dem Gebäck dann da ihr dieses Rezept unbedingt sofort ausprobieren müsst starten wir direkt los ich habe hier meine kleine Küchenmaschine gebe das Mittelstück hinein und dann einmal den Schlagbesen super einfach schaut mal unten in die Beschreibung da habe ich was tolles für euch für diese Küchenmaschine gebe eine Prise Salz hinein und dann drei Eier die Veganer unter euch können das mit Aquafaba einmal austauschen und dann kommt hier einmal der Deckel drauf den könnt ihr auseinander nehmen zusammengebaut geht das hier so zack muss einmal klicken so und schon könnt ihr den Deckel drauf geben schaut euch dieses Rezept gut an denn wenn ihr gut seid und alle Zutaten im Hause habt dann könnt ihr das heute schon genießen probiert es unbedingt aus ich sage das euch immer wieder bei meinen Rezepten aber das ist wirklich ein Traum so achtet darauf bei der Küchenmaschine dass die Pfeile aufeinander sind Stufe 1 reicht hier vollkommen aus beim Eier aufschlagen und dann könnt ihr euch schon eigentlich an die Buttercreme machen ich zeige euch aber jetzt erst einmal wie schön diese Maschine aufschlägt also drei Eier mit einer Prise Salz und es wird richtig voll guckt mal wie niedrig das jetzt ist das wird sich gleich ändern und diese Küchenmaschine habe ich euch ja schon einmal gezeigt da wird es auch noch mal so ein paar Videos zu geben dann werde ich dann noch mal so ein Special machen guckt aber in jedem Fall in die Beschreibung denn da habt ihr ein ganz tolles Angebot noch einmal und ihr seht hier die Eier haben sich jetzt noch mal verdoppelt ich gebe jetzt schon ein bisschen von meiner selbst hergestellten Hefe dem Hefewasser hinzu probiert das unbedingt aus es ist so gesund und lecker Hefe selber zu Hause zu machen super einfach es kostet nichts extra und ihr braucht keine Chemie mehr also wer nicht sowieso schon Brote und Brötchen mit Sauerteig selber herstellt oder auch herstellen möchte guckt euch das an das ist wirklich auch mal wie man so schön neudeutsch sagt Gamechanger so Deckel wieder drauf und dann lasse ich es weiterschlagen lasst die Küchenmaschine hier wirklich 15 bis 20 Minuten arbeiten ohne dass ihr da was tun müsst die Maschine ist perfekt für ein bis zwei Personen denn hier passen Teige mit ungefähr einem Volumen von 500 Gramm Mehl hinein wirklich perfekt im Gegensatz zu meiner Kenwood Cooking Maschine braucht die nur halb so viel Platz ich habe im Internet gelesen die soll lauter sein aber tatsächlich konnte ich das bisher nur bei dem Schlagbesen ein bisschen nachvollziehen bei der Mühle und so weiter ist das genauso gleich wie bei den großen Küchenmaschinen also macht euch da keine Sorgen und testet die unbedingt aus weil günstiger kommt ihr an eine so tolle Küchenmaschine hier wirklich nicht ran und schaut mal wie hoch das jetzt gegangen ist ich fange hier schon mal eben an meine Muffin Form einzufetten das ganze Equipment nicht nur das Angebot für die Küchenmaschine findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und ich freue mich so sehr euch dieses Rezept zeigen zu können denn es ist wirklich was besonderes viele brauchen ja mal eben schnell noch etwas nicht nur jetzt an Weihnachten sondern generell manchmal muss es einfach schnell gehen das ist bei uns zu hause auch nicht anders und dafür ist dieses Rezept wirklich perfekt so und ihr könnt sehen diese drei Eier guckt mal wie hoch das jetzt gekommen ist also ist wirklich der Wahnsinn wie viel dabei rum kommt ich gebe jetzt vorsichtig den Zucker einmal mit hinein ihr könntet auch die Maschine dann dafür immer stoppen ist aber nicht unbedingt notwendig einfach vorsichtig hier rein rieseln lassen und für diejenigen die sich ja mit dem Biskuit schon auskennen die kennen das ja auch schon ich habe euch das ja auch schon mal bei meinem Biskuit Boden gezeigt ansonsten für diejenigen die wieder neu sind jetzt kommt der Zucker hinein der verbindet sich mit den Schaum geschlagenen Eiern bzw. bei den Veganern mit dem Aquafaba und bei dem normalen Biskuit ist es dann so dass ihr tatsächlich den Zucker braucht für die Struktur dann später von dem Boden nun gebe ich ein bisschen Mehl hinzu das mache ich vorsichtig ihr könntet jetzt auch die Masse rausnehmen und in einer großen Schüssel vorsichtig mit so einem Teig Schaber unterheben hier ist ein bisschen die Herausforderung die Maschine hat unheimlich viel Power die Stufe 1 ist immer noch sehr schnell das heißt macht euch keine Gedanken der Teig sackt nachdem ihr das Mehl hinzugegeben habt ein bisschen zusammen das ist aber überhaupt nicht schlimm er reicht für zwölf wundervoll fluffig weiche Törtchen so ihr seht ich habe die Form hier eingefettet das ganze Equipment mit dem ich arbeite ist unten immer verlinkt auch das ganze Rezept mit den Mengen steht da auch nochmal dringend schaut da wirklich nach wenn ihr von eurem Smartphone schaut da habt ihr dann unter dem Video das Wort mehr das so ein bisschen fetter gedruckt da dann einfach eben drauf klicken und dann seht ihr unten nicht nur die Beschreibung nicht nur das Equipment sondern auch die Kapitel die ich euch versuche in jedem Video zu hinterlegen damit ihr es einfacher habt falls ihr ein bisschen rumspringen wollt und ihr gerade das Rezept nachbackt und das Intro nicht mehr braucht aber vielleicht dann die Teigherstellung oder dann später die Buttercreme wenn wenn ihr Fragen habt oder irgendetwas unklar ist dann schreibt mir bitte gerne einen Kommentar da freue ich mich und ihr seht der Teig ist so lecker da nasch ich sogar zwischendurch ein bisschen und wenn es schnell gehen muss also wenn euch wirklich eine Frage unter den Nägeln brennt dann bitte habt hierfür im Moment wirklich Verständnis ich arbeite unter Hochdruck an zig tausend gefühlten Videos gerade für euch damit ihr ganz viele leckere neue Rezepte habt und daher gibt es tatsächlich schnelle Antworten innerhalb von einem Tag meistens aber innerhalb von weniger Stunden manchmal sogar nur Minuten im Moment wirklich nur für die Mitglieder diese Mitgliedschaft ist monatlich kündbar und ihr habt nicht nur den Vorteil dass ihr wisst was hinter den Kulissen passiert sondern dieses köstliche Rezept haben die Mitglieder zum Beispiel schon vorab vor euch gehabt es gibt exklusive Videos lange bevor es alle anderen teilweise sogar sehen ich habe ein Video zum Beispiel gerade online leckeres Brot Video das gibt es eigentlich erst im März April von daher lohnt es sich wirklich meine Muffin Form geht jetzt hier in den vorgeheizten Backofen der Mini Backofen ist in einer Minute vorgeheizt probiert das mal aus ich nutze die Zeit um die Füllung zu machen ich habe hier leckere Pistazien wie gesagt alles nochmal unten verlinkt und die könnt ihr hier mit dieser tollen gewürz gewürzmühle einfach eben schnell frisch durch malen guckt generell wenn ihr rezepte mit nüssen habt malt die einfach schnell selber das ist geschmacklich wirklich lecker und ich muss gestehen ich bin gar nicht so der Pistazien Fan aber diese Törtchen also wenn ihr Pistazien nicht mögt probiert diese Törtchen wirklich aus das war so lecker und hier noch mal ein kleiner Tipp wenn ihr die aus der Form holt ich habe hier noch so einen kleinen Babylöffel von eins unserer jüngsten Kinder damit dann eben hier am Rand lang gehen damit könnt ihr das wunderbar lösen ihr wisst ja oder zumindest die jenigen die meine Videos schon länger kennen dass ich nicht so gerne mit Plastik arbeite aber in diesem Fall solltet ihr wirklich kein Metall nehmen weil sonst diese beschichteten Förmchen kaputt macht das soll nicht der Fall sein so und dann können wir uns schon um die Buttercreme kümmern hier sind die süßen kleinen Törtchen auf dem Kuchengitter und ich habe jetzt hier die frisch gemahlenen Pistazien gebe sie zu dem Puderzucker und das beides geht dann einfach zu der Butter die Veganer unter euch können selbstverständlich hier die vegane Butter verwenden es sollte schon Zimmertemperatur haben ihr seht immer anhand meines kleinen Thermometers dass es bei uns sehr warm ist hier selbst hergestelltes Vanilleextrakt wie das funktioniert erkläre ich euch oben rechts unter dem i wer gekauftes Vanilleextrakt hat gebt zusätzlich noch ein bisschen Wasser hinzu und dann vermengt ihr das Ganze einfach ihr könnt das auch mit einem Mixer auf mixen aber es reicht tatsächlich wenn ihr das eben hier mit der kleinen Teigkarte zum Beispiel macht und schon geht es ab in die Spritztülle und ich kann euch wirklich empfehlen das mit den Pistazien wie gesagt auszuprobieren mögt ihr keine Pistazien also wirklich gar nicht dann tauscht die Nüsse einfach aus ich kann mir vorstellen dass das mit allen anderen Nüssen genauso lecker ist schön mit Walnüssen frisch gerösteten Haselnüssen schreibt es mir doch mal in die Kommentare was sind eure liebsten Nüsse womit habt ihr das ausprobiert oder möchtet ihr es da freue ich mich sehr drauf und dann wie gesagt mit der Spritztülle einmal hier rüber gehen ihr seht das ist total einfach und ich würde auch nicht mehr von der Buttercreme drauf machen weil das sonst einfach zu mächtig wird und diese kleinen Törtchen sind einfach optimal um Besuch einmal nicht nur zu verwöhnen sich auch selber natürlich was Gutes zu tun und es ist einfach so schön handlich ihr müsst da nichts zuschneiden einfach so auf den Tisch stellen und links ist bei mir die Buttercreme schon ein bisschen geschmolzen falls ihr das seht es ist einfach wirklich durchschnittlich 26 Grad vor allem im Winter bei mir also da euch wahrscheinlich anders sein wir haben unheimlich warme räume bei uns ohne groß zu heizen also wirklich nicht deswegen mache ich so selten Törtchen weil das einfach sehr warm ist so und hier schön die gehackten Mandeln drüber dekorieren ihr könntet auch zum Beispiel noch Zucker Streusel nehmen wenn ihr möchtet ich persönlich finde das wäre noch ein Ticken zu süß und schon könnt ihr das Ganze genießen und auch natürlich noch das Rezept wir sehen uns bald wieder eure Emma